Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ja Mann, ja Mann, friss meine Shorts Schalke 04. Hier, friss meine Shorts, Jochen Schneider, friss meine Shorts, Christian Groß, friss meine Shorts, Seat Kulasinac und wir alle heiß. Außer Marcut, du darfst gerne zurück nach Hause kommen. Ja, meine Emotionen kochen über und ich muss meist gar nicht wohin damit. Deswegen werde ich jetzt erstmal da ausleben, wo sie ausgelebt werden müssen, in einem Podcast. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir hier auch am Rande des nervlichen Zusammenbruchs vermutlich ist wie immer der Marco, der Ruppertennis. Moin, Marc. Jo, moin, ja. Guten Abend, kann man ja fast sagen. Wir nehmen ja jetzt, ich sag mal, eine knappe halbe Stunde nach dem Spiel auf. Ja, so ganz, ist der Puls noch nicht runtergegangen. Also es ist schon, dass wir mal Spiele kurz vor Ende in der Nachspielzeit entscheiden, positiv, ist schon was Geiles. Also jetzt verstehe ich das, was andere immer haben, wenn die gegen uns so gewinnen. Ja, jetzt weiß man, wie sich der Rest der Bundesliga fühlt. Tatsächlich. Ja, gut. Aber wir haben ja gesagt, wir beiden alleine, das ist dann immer für den emotionalen Haushalt nicht ausgewogen genug. Deswegen haben wir uns wie immer eine dritte Person an Bord geholt. Und da hat uns der Sebastian geschrieben, dass er gerne mal hier bei sein möchte. Und haben wir natürlich sofort eingeladen. Deswegen ist der Sebastian da. Moin, Sebastian, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass ich heute Teil eurer elitären Truppe sein kann. Ja, sehr gerne. Und auch liebe Grüße an deinen Bruder, von dem wir uns verraten, dass der auch hier gerne zuhört. Also lieber Bruder von Sebastian, fühl dich herzlich gegrüßt. Er ist glühender Anhänger und er ist gerade leise in das Büro geschlichen und sitzt mir gegenüber. Und ja, ich denke, wir haben zusammen geguckt. Wir sind beide eben durch die Bude gesprungen. Also das war wirklich in der Nachspielzeit zu gewinnen und dann noch so ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel. Das war echt ein Highlight nach dem wirklich kräfteraubenden bisherigen Januar. Absolut. So, wir versuchen mal so ein bisschen trotz aller Emotionen, dass wir das jetzt nicht von hinten nach vorne aufzäumen, das fährt, obwohl es ja bei diesem Spiel so einfach und naheliegend wäre, sondern wir machen es genau andersrum. Sprich, wir schauen mal auf die Woche zwischen diesem sehr fruchtlosen Spiel gegen Hertha. Wer sich über unsere Einschätzung zum Hertha-Spiel informieren möchte, der kann gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Einfach mal bei YouTube nach trotzdem hier suchen und dort könnt ihr dann eine kleine Mini-Mini-Sonderfolge eben über das Spiel gegen Hertha BSC euch anhören. Aber das Spiel werden wir hier jetzt nicht groß besprechen, weil ganz ehrlich, in diesem Driss-Spiel gab es auch nichts zu besprechen. Und ich gebe es mal ehrlich zu, mein erster Downer vor dem Spiel jetzt gegen Schalke kam, als ich sah, dass die gleiche Aufstellung wieder zu erwarten war. Was habt ihr gedacht, als ihr Gistols Kader-Nominierung und dann später die Aufstellung gesehen habt? Fangen ruhig an, der Gast fängt an. Ja, ich dachte mir, der Bus ist wieder im 16er geparkt, mit fünf Spielern hinten, mit Isi, Zestic, Bono, Zichos und dann den Jannishorn. Da dachte ich mir, oh Mann, never change a winning team. Das war es aber nicht leider, das Motto. Es war, ich dachte mir, jetzt fielen sie auch wirklich gegen Schalke, die wirklich in wie viel drei Spielen, zwei in drei Spielen, ein Spiel gewonnen haben, mauern sie sich hinten ein. Ich kenne das schon, Plätscher, 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 1-0 Schalke, dann Plätscher, zweiter Vorsicht hin, 2-0 Schalke, Spiel ist durch, Abpfiff. Genau das habe ich erwartet. Und teilweise war das ja so, aber ich will nicht vorweggreifen. Ich merke, ich galoppiere voraus. Ja, die Aufstellung, es hat mich sehr, sehr defensiv empfunden und dachte ich mir, ob das wirklich gegen Schalke, gegen diese doch etwas sehr, sehr schwache, mentale schwache Mannschaft doch gestört, zu defensiv, meiner Meinung nach. Ja, also ich glaube einfach, also ich meine, das Spiel gegen Hertha war ja auch ein Spiel zum Vergessen, ich meine, man hat einen Punkt geholt, aber ich glaube, das war auch das einzig Positive, was man aus diesem Spiel rausnehmen kann. Das war mit Abstand eins der schlechteren Spiele, in denen wir überhaupt mal einen Punkt geholt haben. Also da ist nichts Positives hängen geblieben bei mir, außer dass wir mal zu Null gespielt haben. Und ich habe eigentlich mit mindestens ein, zwei Wechseln gerechnet. Habe zum Beispiel gedacht, dass das Drechsler definitiv nicht spielen wird. Dass er dann gespielt hat, hat mich schon ein bisschen verwundert. Und ja, also die Aufstellung war jetzt nicht so der Mutmacher für das Schalke-Spiel, weil davon auch nicht vergessen, die Schalker, es ist jetzt nicht so, dass die jetzt in den letzten Spielen die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber nichtsdestotrotz haben die gegen Hoffenheim gewonnen und mit Hoppi oder Hoppe oder wie auch immer man den Stürmer da jetzt nennen möchte, jemand drin, der da auch durchaus knipsen kann. Aber wir sind ja lange FC-Fans und wir wissen, wie das ist. Jede gute und jede schlechte Serie endet gegen uns. Jede schlechte Serie. Also ich wäre mir sicher gewesen, hätte Schalke jetzt die zwei Spiele noch verloren und wir wären die gewesen, dann hätten die gegen uns auf jeden Fall so ein Hoffenheim-Spiel gemacht, wo das Spiel nur auf der Seite gegangen ist. Das war ja wirklich, also die Hoffenheimer waren die bessere Mannschaft, die kontern rein und sowas. Das war schon glücklich, aber ich bin auch froh, dass das weg ist, weil Tasmania hat es ja irgendwo verdient, diesen Rekord weiterhin zu behalten, finde ich. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass Schalke direkt nach dem Hoffenheim-Spiel gegen Eintracht Frankfurt spielen musste, die gerade diesen Jovic-Heib hatten, weil die haben dadurch den Schalkern komplett den Stecker schon wieder gezogen und die gar nicht erst in so einen Lauf reinkommen lassen. Also das war vom Spielplan her für uns, glaube ich, sehr gelungen, die Strecker jetzt zu haben und nicht letzte Woche oder gar eine Woche davor. Dann wäre es vielleicht irgendwie anders gelaufen. Könnt ihr mir erklären, was der arme Jochemire verbrochen hat, um gar nicht mehr im Kader zu sein? Also, nee. Also, das Spiel gegen, wen haben wir denn so auf die Nase gekriegt vor Hertha? Freiburg. 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 Aber ich meine, ich sage mal so, da hättest du ja wirklich elf Spieler rausnehmen können bis zum nächsten Spiel. Also da hattest du ja nicht einen Lichtblick, nicht einen einzigen Lichtblick. Und ich persönlich vermute, dass wir vielleicht den nächsten Abgang da sich anbahnen sehen. Weil, was für einen Grund gibt es, Meret nicht mitzunehmen? Ja, dann ist nur die Frage, warum nimmst du ihn dann mit nach Schalke und streichst ihn dann aus dem Kader, bevor das Spiel... Vielleicht, weil... Also, ich meine dieses 21 Spieler mitnehmen und dann einen an dem Tag streichen und nach Köln fahren lassen oder auf die Tribüne setzen oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob der im Stadion war oder auf der Bank sitzt. Kannst du ja machen, wenn du vielleicht den anderesweitig angeschlagenen Spieler hast und hoffst, dass der fit wird. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn sich so ein Bornau nicht so gut fühlt und sagt, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig passt und du sagst, Mensch, wir nehmen beide mit. Und vor dem Fall, dass Bornau, Cestic oder wer auch immer sich verletzt, kannst du dann halt den Meret in den Kader nehmen. Das ist die einzige Überlegung, die ich da habe. Eine andere sehe ich nicht. Ja, wobei der wäre aus Köln ja nur auch so schnell. Ja, aber ich weiß nicht, inwieweit, wann du den Kader, diese 20 Mann bestimmen musst. Ja, vielleicht höchstens wegen Corona-Geschichten. Ja, ja, genau. Das kann auch sein. Das kann sein. Ja, es macht für mich keinen Sinn. Du hast ja heute gesehen, Zichos musste ja zur Pause raus. Dafür ist dann Janis Horn nach links innen gerutscht. Und dann hat sich ja Bornau mit Kabak zusammengerasselt, mit den Köpfen zusammengerasselt. Und dann sah es ja so aus, als wenn Bornau auch raus müsste. Und dann wäre aber, also Holland wirklich in Not gewesen, hätten in der Dreierkette, in der Mitte als Ankerspieler, Sava Cestic gespielt, links noch von Janis Horn und rechts wäre dann wahrscheinlich Benno Schmitz gekommen. Also Halleluja. Ja, Sebastian Bornau ist einfach essentiell wichtig für uns. Also er ist ja noch blutjung, wir dürfen nicht vergessen. Und das sieht man ihm gar nicht an, wenn er den Ball hat. Und eins, was mir an ihm dieses Jahr wirklich fehlt, ist die Kopfballgefälligkeit im Strafraum des Gegners. Weil ich hoffe immer, dass er irgendwas macht. Da fahrt ja der Zichos heute mit seinem Köpfchen hingehalten. Ja, es wäre wirklich wahrscheinlich schlimm ausgegangen für uns, sportlich gesehen, wenn der Sebastian vom Platz hätte gemusst. Weil wir haben ja wirklich keinen. Mere, ich weiß auch nicht, um deine Frage zu beantworten, was der gemacht hat. Ich finde es so ein bisschen sogar Demontage, wenn du ihn mitnimmst und wieder rausstreicht, das macht ja kein Spieler gerne mit. Und da kann man auf den Anfang sagen, ich nehme mich nur wegen Backup mit, aber es wird ja groß in der Express geschrieben, hier alle Mann dabei, Zichos, Mere ist auch mit dabei. Ich glaube, er ist auch ein sehr stolzer Spieler und das fördert das nicht. Das Einzige, was ich hoffe, ist, wie ihr auch gesagt habt, eventuell Verkaufsabsicht, weil der Mere hat ja ein sehr, sehr hohes Standing in Spanien, dass da vielleicht einer in die Ecke kommt und gibt noch ein paar. Aber du kannst ihn doch jetzt eigentlich gar nicht mehr verkaufen, oder? Wir haben ja Sörensons Vertrag aufgelöst und du spielst mit Dreierkette. Also du kannst ja noch einen abgeben. Eigentlich nicht, hast du recht. Oder du musst halt Poloda sagen, jetzt spielst du, aber der soll ja ausgeliehen werden. Also das Vertrauen scheint ja auch nicht da zu sein. Also wenn du nicht dann irgendwie selber noch einen holen musst, der vielleicht billiger, aber genauso gut ist, wo ich jetzt keinen wüsste. Ja, was soll das dann? Verstehe ich nicht. Oder sonst gehört wirklich, da spielen dann Jannis und Benno links und rechts außen in der Dreierkette, was ich schon sehr fahrlässig fände. Stimmt. Ich glaube, da bist du, glaube ich, mit jedem Menschen, der FC lieb hat. Gleicher Meinung. Ja, stimmt. Das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, klar. Ja, aber das weiß ja keiner. Also keiner von uns sitzt hier am Geißbockheim und guckt, Horst hält den ganzen Tag über die Schulter. Und demnach vielleicht ist es so, dass da irgendwie auch man schon in Vorbereitung ist. Also ich meine, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn es so wäre, dass man dann sich einen Transfer anbahnt, dann hat man ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, auch immer ein paar Tage Vorlauf. Und vielleicht hat man da schon einen möglichen Ersatz, aber das weiß ich halt nicht. Also das ist, andere Sache ist für mich eigentlich irgendwie nicht greifbar. Also ich kann nicht verstehen, wieso Mere, ich sage mal, für das Spiel in Freiburg dann da so vor den Karren gespannt wird. Weil wie gesagt, ich glaube, da hätte man andere Spieler. Ich meine, da dürfte ein Salih-Öschstein, glaube ich, gar nicht mehr überhaupt für den 1.50-Köln-Spiel. Oder der erwähnte Benno Schmidt selber. Ja, oder genau, Benno Schmidt zum Beispiel. Ja, genau. Also ich glaube, da, also ich habe da auch andere Spieler an dem Tag schlechter gesehen. Also das kann eigentlich nicht der Grund sein. Vielleicht ist er aber auch der angeschlagene Spieler. Ja, also vielleicht. Oder wird er kompliziert werden, oder? Da würde man doch sagen, hier. Ja, aber. Also bevor man hier jetzt irgendwie so den Eindruck erweckt, dass der da gerade geopfert würde für das Debakel in Freiburg, würde ich doch sagen, der ist angeschlagen. Ja, kannst ja einen Schutz nehmen, sehr schöne Aussage. Ja. Schwierig. Also ich kann es auch noch nicht so greifen. Ja. Wir bleiben gespannt. Wenn die Transfer-News irgendwann kommen sollten, dann wissen wir, okay, da hat es gelegen. Wenn er noch hier ist am 1.2., dann habe ich die Aktion nicht verstanden. Ja. Ja, aber vielleicht ist es ja auch so ein Ding, was, ich sage mal, seine Schwebe ist. Dass du halt sagst, Mensch, ich sage jetzt mal vorsichtig, der Matheta hat ja auch nicht gestern für Mainz gespielt, weil sich eventuell da ein Wechsel irgendwie nach England anbahnt. Der ist fix. Der ist fix. Der ist fix. Ja, okay. Ja, habe ich heute noch nicht mitbekommen. Eineinhalb Jahre ausgeliehen. Oh, schön. Dann ist eine verpflichtende Ablösung von 15 Millionen fällig. Oh, Mensch. Wir kriegen ja dann aber erst zum Aufstieg nächstes Jahr dann. Ja, hoffentlich. Also von mir ist es ein Aufstieg in die zweite Liga wieder, wenn sie dann nochmal absteigen. Aber jetzt genug von Merez und von Mainz. Lassen wir jetzt hier über dieses Spiel reden, weil das Spiel, also das darf uns jetzt nicht ablenken. Wir müssen über dieses Spiel reden. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, über dieses Spiel mit euch zu reden. Ja, sehr gerne. Das Spiel kann man, glaube ich, in so vielleicht vier Häppchen unterteilen, würde ich sagen. So, das erste war quasi vor dem 1-0. So diese Phase, wir tasten uns ein bisschen ab. Keiner weiß, wie schlecht der andere ist quasi. Mal gucken, was so geht. Torchancen aus dem Spiel raus, boah, weiß ich nicht. Nicht so viel. Aber ich finde, wir haben uns dann so ein bisschen in das Spiel reingearbeitet durch Standards. Wir hatten ja wie so eine Serie, so eine Kaskade von Standards, vier, fünf Stück in ganz kurzer Zeit, wo jedes Mal so das Gefühl hattest, ja, könnte gefährlich werden. Hier, die Schalker wirken da nicht so sattelfest bei eigenen Standards. Ich meine, die hätten noch sehr, sehr viele Tore eben schon nach Ecken und Freistößen gegen sich bekommen. Und du hast halt gemerkt, wir haben mit Duda natürlich einen sehr, sehr guten Freistoßschützen. Da gab es ja einmal diesen Freistoß, den er so ganz lange auf den langen Pfosten schlenzt. War, glaube ich, 24., wo dann der Fehrmann da sich schon sehr lang machen muss, damit er drankommt. Skiri wäre einmal fast an irgendeine Ecke rangekommen oder irgendein Freistoß oder irgendwas. Wäre fast nur ein Tor gewesen. Ja, du hast schon gemerkt, wenn hier was geht, dann über Ecken. Ja, und eigentlich genauso kam es ja auch. Da möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten, was die elf Freunde in ihrem Live-Ticker zu dem Spiel geschrieben haben. Die haben geschrieben, ein Tor, das dieses Spiel beschreibt wie kein anderes Tor. Typ schießt aus 30 Metern Meilenweit daneben, trifft das Gesicht vom Mitspieler. Typ auf Linie will klären und hat sich den Ball selber rein. Das war mehr oder weniger. Denkt gerade, es ist elf Freunde. Ja, 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 also ich, also, ja, also das war jetzt auch kein, also ich sag mal, das war jetzt kein rausgespieltes Ding, aber du setzt, das war jetzt das zweite oder dritte Mal, also wir haben ja bei diesen Ecken nacheinander, sind diese Ecken immer entstanden, dadurch, dass wir nicht direkt, also entweder direkt die Ecke danach, also Ecke kommt rein, Schalke köpft den Ball raus, nächste Ecke, oder Schalke spielt den, will den Ball rausköpfen. Und daraus entsteht nochmal eine Flanke von außen in den Strafraum und dann ist der Ball draußen. Und das war ein Ding, der Punkt, der zu diesem Tor geführt hat, ist nämlich, dass Skiri vom Ball weg bleibt. Weil Drechsler und Skiri gehen beide zum Ball, Drechsler aber mit Blick Richtung Tor und Skiri mit dem Rücken zum Tor. Und Skiri sieht, dass Drechsler an den Ball kommen kann und geht einen Meter weiter nach rechts und gibt Drechsler damit die Chance zum Flanken. Und das ist ganz entscheidend dafür, dass, und ich glaube, diese Flanke von Drechsler sollte genau dahin, weil das sind, wie, wie, hä, never? Ja, das war ein Schuss. Das sollte ein Schuss auf den langen Pfosten sein. Nein, 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 nein. Ich bin bei Marco, ich habe mir auch lange das angeguckt, öfters, es sah aus, als wenn da vielleicht das abrutscht, ne? Aber der Blick war ja gar nicht so richtig auf ein Tor, sondern er war ja schon auf den zweiten Pfosten wieder gerichtet. Und ich glaube, er wollte, genauso wie Marco das denkt, also das ist wirklich meine Meinung dazu, scharf reinspielen und dass natürlich diese Kopfball-Sachen, stehen wir zwei Leute auf der Linie und dann das auch ins eigene Tor abfälscht, traumhaft. Also ich glaube, dass er, weil ganz ehrlich, wie, also diese Konstellation, dass Drechsler da von außen so reinflankt und das genau an dem Pfosten-Tschicher spielt, das hatten wir in der zweiten Liga drei, vier Mal nach so Ecken. Und das, also natürlich ist das jetzt nicht genauso gewollt gewesen, aber ich glaube nicht, dass das ein Schuss ist. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal Folgendes. Ich mache mal eine Umfrage bei Twitter. Da haben wir jetzt ungefähr eine Stunde Aufnahme vor uns, das heißt, die Hörer haben genug Zeit, da mal abzustimmen. Und das Demokratie funktioniert ja bekanntlich bestens. Das werden unsere Hörer. Das werde ich direkt abstimmen. Also wer da, wer da allen Ernstes abstimmt für, das ist ein Schuss, der möchte mir bitte sofort entfolgen. Mit so Leuten möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich behaupte, der wollte sogar mit der Pike schießen. Also, pass auf, ich möchte das nicht ausschließen, aber ich glaube, es war eher als Flanke geplant, denn als Schuss. Boah, ich hätte ja so Bock, die Telefonnummer von Drechsler zu haben. Ich würde jetzt sofort anrufen. Der Drechsler ist ja so einer, der immer auf diese zweiten Welle spekuliert, immer am zweiten Pfosten hängt. Jetzt hat er ja das Tor gegen Frankfurt gemacht. Ich erinnere dir, das schöne 4-2. Auch das Tor gegen Bayern, so ein bisschen hinter der Abwehr gelauert. Natürlich glücklich, dass das kein Abseits war. Der ist ja so ein Stabiner. Und das Tor ja wirklich, das war wirklich so voll. Ich hatte ja wirklich echt den Eindruck, dass das seine Intention war. Aber machen wir die Umfrage. Mal gucken, was uns die Leute... Die Vorlage von Drechs zum 1 zu 0, Punkt, 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 war so gewollt... Pünktchen, 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 sollte ein Schuss werden. Sollte ein Schuss werden. Das ist zu lang für Twitter. Sollte ein Schuss werden. Muss ich umformulieren. Sollte Schuss werden. Ein tolles Deutsch. Gut, dass ich kein Deutschlehrer bin. Dauer der Umfrage. Eine Stunde, das passt. Und dann gucken wir alle mal auf die Uhr. Und um 22.30 Uhr werden wir dann zusammen rausfinden, ob es ein Schuss sein sollte oder eine Flanke war. Okay, mal gucken, was die restlichen Menschen sagen. Ich aktualisiere sekündlich Twitter. Und deine diversen Nebenaccounts und Twitter-Bots, die werden jetzt losgelassen. Genau, meine Twitter-Bots. Unter anderem dein zweites Account, Wayne Schlegel und so. Ja, also ich würde sagen, wir können die Umfrage abbrechen. Es ist ein Vote und war so gewollt. Der eine Rot warst du. Das könnte sein. Das kann sein, ja. Es ist aber auch scheißegal, ob es gewollt war oder nicht, weil der Ball war drin. Das Einzige, was zählt. Und daran merkst du halt auch, dass Schalke auch so eine Mannschaft ist, die gerade wirklich null Glück hat. Also überhaupt gar kein Spielglück hat. Weil normalerweise, sag ich mal so, kannst du den halt noch von der Linie kratzen. Wenn du nicht in so eine komische Rücklage gerätst und so einen kleinen Schritt nach links machst, das wäre jetzt nicht komplett unmöglich gewesen. Muss er auch nicht machen, das ist kein Fehler von ihm. Aber mit einer Mannschaft, die ein bisschen mehr Glück hat, schaffst du das irgendwie noch. Ja, stimmt. Aber habt ihr mal gesehen, wo Fährmann steht? Der steht ja im Timo Horn Gedächtnis. Der steht im Timo Horn Niemandsland, das ist richtig. Der hat ja auch vorher gepatzt. Ja, ja, genau. Wir nennen ihn auch witzweise Timo Horn von Schalke. Aber ganz ehrlich, das habe ich auch zu meinem Kumpel hier gesagt. Das ist für mich einfach ein größerer Timo Horn. Also größer im Sinne von körperlich länger. Der ist für mich auch nicht besser. Also der hat auch dieselben Qualitäten, die auch Timo hat. Ja, will ich genau sagen. Also Parade auf der Linie. Hat der gegen Isi zum Beispiel auch ganz gut gemacht. Direkt danach diese Szene, wo Isi durch war. Der hat Isi aber auch schlecht gemacht. Den musst du direkt nehmen. Schlechter Winkel. Den musst du mit dem anderen Fuß nehmen. Den musst du mit dem linken Fuß direkt aufs Tor riechen. Um. Anstatt dessen noch mal vorlegen. Dann ist der Torwart mit da vor dir. Wenn du da nicht Aaron Robben bist oder Raoul. Der hat da Raoul gegen uns gemacht. Gleiche Stelle, glaube ich, fast in Schalke. Und dann Lupfer. Ja, das war ein schönes Tor. Da war uns der Helds-Sportchef bei denen. Ja. Ja, gut. Aber da merkst du den Unterschied zwischen Raoul und Isi Boué. Ja, Isi ist auch kein Stürmer. Die ist doch in der ganzen Regierung da, dass er kein Stürmer ist. Aber ich finde, diese Szene, das war ja nach dem 1-0, ne? Ja. Ja, von Isi. Ich finde nämlich, dass wir zwischen, also ich finde, diese erste Phase war halt wirklich so ein, da sie vor sich hin plätschern lassen. Und dann gab es so zwei, drei Minuten halt vorher diese Druckphase. Das heißt, Druckphase kannst du jetzt nicht, also Druckphase ist ein bisschen viel gesagt. Und ich finde, nach diesem Tor waren wir deutlich besser im Spiel. Ja, absolut. Und haben Schalke keine Chance gelassen bis zu dieser 54. Minute. Und da ist für mich der Bruch in unserem Spiel. Diesen Pfostentreffer, wo Skiri sich relativ gut den Ball erarbeitet. und dann Kontert und dann, ich weiß gar nicht, wer die Flanke schlägt. Ich glaube, Wolf war es, ne? Oder Guder war das? Nee, ich meine Wolf, oder? Ich meine auch Wolf von rechts. Ja, Express hat geschrieben, das ist der Wolf, glaube ich. Also, auf jeden Fall, die Flanke von außen und dann, ich weiß nicht, Kabak oder wer auch immer der Innenverteidiger, den an den Pfosten hämmert, vor Skiri. Und ab da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Schalker gemerkt haben, oh, wenn wir jetzt da 2-0 kassieren, dann ist hier aus. Und ab da haben wir keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Ja, weil direkt nach dem ADO-Treffen hat ja Harit diese Riesenchance, wo Timo den hält. Und dann kommt ja fast direkt das Tor, das ist das von Hoppi oder Hoppo, oder wie der Mann heißt. Ja, Hoppi, Hoppo. Wo wir ja auch sagen müssen, das Tor hat ja mehr der 1. FC Köln gegen sich selber geschossen, als dass die Schalker da... Ja, das war so ein Tor. Das kriege ich auf der Playstation, wenn ich bei FIFA den Legendenmodus einschalte. Also die höchste Schwierigkeitsstufe. Dann kriege ich so ein Tor. Dann ist nämlich die AI so programmiert, also die KI so programmiert, dass sie immer so einen Meter weg geht vom Ballführenden, damit du auf jeden Fall Tore frisst. Weil es soll ja schwer sein. Genau so ist das gewesen, dieses Tor. Also dann rennen sich hier Cestic und ich glaube Skiri noch über einen Haufen gegenseitig. Der Hector will klären, schießt den Schalke an den Fuß, dann nimmt er so genau zwischen den beiden Innenverteidiger. Und da sieht es wirklich auch stattdessen dann der Cestic, das ist so ein bisschen eine Zeit, weil er hat sein Lehrgeld, finde ich, immer wieder. Dann will er mehr den Mann sperren, als den Ball zu klären. Und dann rollt der Ball dann über Umwege, deren Goalgetter aktuell zum Hüppe oder Hüppi, wie der heißt. Und der schießt dann aber auch glücklich zwischen Hand und Bein durch. Nein, 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 nein. Gewollt? Das ist ein gewolltes Ding. Das ist ein... Also pass auf, Timo Horn gibt ihm genau die Möglichkeit, da vorbeizuspielen. Er guckt gar nicht, er guckt nur auf den Ball. Das ist... Nein, 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 nein. Ja, das mag eine Intuition sein. Aber Timo Horn hat in dem Spiel sehr viele gute Dinge gemacht. Aber das Ding kann man als Torhüter besser halten. Timo Horn macht wieder das Timo Horn-Gedächtnis-Ding. Der konzentriert, der geht auf eine Seite, macht eine Seite breit und eine komplett blank. Ja, das ist typisch. Der geht wieder auf das Knie runter und... Er macht die linke Seite immer auf. Genau. Und das ist... Ich weiß nicht, wie oft... Der knickt so dieses... Das linke Bein, knickt der so ein, so nach innen. Und damit hast du halt auf der Seite kein... Also wenn du dich da hinstellst, ich sage jetzt mal vorsichtig, breitbeinig, dann kannst du den durch die Mitte kriegen. Ja, oder so. Ich sage mal so, weiß ich nicht, so in John Wayne-Gedächtnisstellung, Füße unten ein bisschen zusammen, dann kannst du nicht mehr durch die Beine kriegen und die Arme auf beiden Seiten breit machen. Dann kriegst du dieses Tor im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, aber es waren halt zwei Timo Horns auf dem Platz heute. Ja. Ja, ich will jetzt aber auch nicht das Tor an Timo Horn festmachen. Nein, nein, nein. Aber den kann er halt nicht. Da haben vorher so viele andere von uns vermisst. Natürlich. Natürlich. Ich finde auch, Timo hat uns mit dem Sieg heute festgehalten. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Also der Schuss von Uth und der andere von Harit, oder wer das war, muss auch mal halten. Also da muss ich ihm sagen, wenn der Stürmer so wenig... Oder das Ding von Stambouli oder so. Ja, genau. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Timo Horn hat in dem Spiel so viel gutes Dinger gehalten, aber das finde ich, das ist halt so ein typisches Timo Horn-Gegentor. Ich sage mal so, wenn du als Stürmer so ein bisschen den gegnerischen Torwart scoutest oder dafür einen hast, der das tut im Trainerstab, der sagt dir ja auch, wie du schießen musst gegen bestimmte Toren. Wahrscheinlich ja. Ja, aber meinst du, da erinnert sich der Typ dran, der Ball kommt aus dem Stoff heraus. Weiß ich nicht. Ich glaube, in der Sekunde siehst du einfach nur, wo ist Fläche und wo ist Mensch und schießt dann die Fläche. Aber die Fläche bietet der, Timo Horn. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ich würde eher sagen, er hätte mehr auf den Ball. Das ist dann einfach pures Glück. Und das Timo, ich meine, er kommt halt immer sehr wüstfindig raus. So, dann hat er mal Glück, dass er angeschossen wird oder halt, dass er einem vorbeischießt. Ich fand es jetzt wirklich glücklich, dass er sich eine Hand durch und Oberschenkel hat. Ich habe schon schlimmere Aktionen von dem jungen Mann gesehen. Deswegen, ich würde es ihm auch nicht ankreiden. Und er hat ja wirklich herzlich gefangen. Wollen wir so fair sein. Aber wir brauchen wir auch. Nehmen wir ganz ehrlich, wenn du einen Torwart hast, der hinten zu viele Fehler macht. Das war leider bei Freiburg so. Der sich da selbst überlupft hat. Das habe ich selten gesehen. Dann ist die Mannschaft total instabil. Das siehst du ja. Wir kriegen das 1-1. Wir fallen ja noch. Bis dahin. Schalke war doch auch K.O. Die haben nichts mehr gemacht. Ich habe gesagt zu meinem Bruder, die haben müde Beine. Die laufen nicht mehr. Der Koladinasch, der ist ja hinten rumgelaufen, gegangen ist nur noch. Das Ding ist durch, dachte ich mir. Jetzt das 2-0 und es wird eine ruhige Messe. Dachte ich. Und so fangen alle Katastrophen an. Ich dachte und ich wollte nur. Ich würde auch behaupten, dass eine etwas gefestigtere Mannschaft als wir das 2-0 da relativ schnell hinterher schiebt. Und dann ist der Ofen da aus. Also wenn da jetzt, sagen wir mal, nicht wir, sondern vielleicht Wolfsburg oder so unterkommt, dann finden die einmal in Strafform den Weghorst und dann ist die Nummer da auch durch. Aber das Tor. Wie lange, wie viele Minuten kein Tor geschossen im Spiel? 531 oder sowas. Ja, plus die jetzt vom Spiel, die Tor. Ich meine inklusive, also ich meine es gar nicht, ich hätte gesagt, 531. Ja, oder auch sowas, kann auch sein, ja. Also auf jeden Fall über... Ich habe bei Express gehört, bin ich schon da. Ja, ja, ja. 516 stand beim Express. Bis zu Thiemanns Tor quasi. Ihr wisst, Express sprach zum ersten Toten. Und deshalb... Ja, also... Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass... Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Tor von Schalke können wir aber von Glück sagen, dass wir da nicht das 2-1 kassiert haben. Ja, klar. Also das ist jetzt die dritte Phase dieses Spiels, in dem wir jetzt die ersten beiden schon besprochen haben. Wirklich in der Sekunde, wo Schalke das Tor gemacht hat, war das Spiel wie umgedreht. Ja, das war ein Schalter. Da standen wir wie die Lämmer vor der Schlachtbank. Ja, absolut. Da standen wir wie die Lämmer vor der Schlachtbank und haben darauf gewartet, dass der Metzger kommt und seinen Beil fallen lässt. Ich finde, der Maas hat das auf Twitter sehr gut geschrieben. In dem Spiel war jede Taktik scheißegal. Das war alles von vorne bis hinten reine Psychologie, dieses Spiel. Das kannst du so wunderbar an diesen beiden Toren festmachen, wie sich jeweils die mentale Verfassung der beiden total gebeutelten Vereine durch dieses Tor jeweils verändert hat, durch die beiden Tore. Also wir hätten wirklich... Eigentlich haben wir darum gebettelt, dann noch ein 2-1 zu kriegen von Schalke. Da waren so viele Szenen, wo Leute ungehindert durchs Mittelfeld dribbeln konnten, wo keiner beim Uth stand, wo einfach nur der Spieler nicht rausgelegt hat auf den, wo der Harit machen durfte, was er wollte. Und alle zweiten Bälle waren schwanger. Ja, absolut, genau. Ausnahmslos. Auch super, direkt vor dem 16-Jährigen knallt drauf, das Ding ist drin, dachte ich mir. Gleich zappelst. Komm her, haben wir schon alle gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, aber das ist gegen andere Teams, ich sag mal, die jetzt nicht in der Phase stecken wie Schalke, verlierst du das Ding in Haus hoch. Ja. Haus hoch. Das tust du, absolut. Genau, was ich gerade über Schalke gesagt habe, gilt jetzt in der Phase nämlich für uns. Wenn da jetzt irgendein vernünftiger Verein steht, der bämpft dir halt 2-3 rein. Ja, vor allem, das Schlimme ist ja, es ist ja nicht so, also A standen wir defensiv komplett wahnsinnig schlecht und dann stehst du da aber auch, und wenn du den Ball dann hast in der Defensive und wie dann rausgespielt wird, da packe ich mir am Kopf. Ja, überhaupt muss man sagen, bis auf diese eine gute Phase eben nach dem Gegentor, ich habe wirklich mitgezählt. Ich habe ja mit meinem Kumpel gesessen, wir haben gezählt, wir haben es nie geschafft, 3 Pässe in Folge zum eigenen Mann zu bringen, auch da hinten in der 4er-Kette, in der 3er-Kette, hin und her daddeln, das schon, aber sobald der Ball aus der 4er-Kette raus war, haben wir nicht 3-mal in Folge den Ball zum Mitspieler gebracht. Ja, und das sagt schon sehr viel über die Spielkultur beim 1. FC Köln aus. Da ist auch, finde ich, die größte Kritikfähigkeit an unserer Mannschaft. Also wir hatten, hieß mir wirklich das Glück auf unserer Seite, aber dann, Schalke hat es ja auch wirklich gemacht, das zu spielen und da sind wir nicht Profi genug, muss man leider sagen, das auszunutzen. Also das ist, ich glaube, da reißen uns wirklich alle die Haare auf den Kopf aus. Wenn wir das sehen und wir sehen, wie fahrig manche Konter liegen gelassen werden, boah, da kannst du nur schreien und hoffen, dass der Nachbar gute Laune hat. Danach kam er dann in der Dreifachwechsel von Schalke, Rahman rausgenommen für Bujelab, Kolasinac musste verletzt runter, der hat sich bei dem Schuss ja anscheinend irgendwie... Der war platt. Ja, der Muskel war aber auch dicht bei ihm, hast du gesehen, weil der wirklich gehinkt ist. Ja, das ist ja, wenn du platt bist. Da kommt ja Übersäuerung und dann raus. Ja, ist auch logisch, weil der hat eigentlich alle lang kein Fußballspiel mehr gemacht bei Arsenal. Klar, dass der platt ist. Der kann nicht jetzt zwei Spiele über jeweils 90 Minuten machen und erwarten, dass das gut geht. Und natürlich, wenn dann Ocibka für Kolasinac kommt, ist das natürlich erstmal ein Downgrade. Ja, klar. Also jetzt im Sinne von Offensiv. Defensiv mag der Ocibka sogar ein bisschen besser sein. Ja, dann Mascarell nochmal, um Stabilität reinzubringen, damit du vielleicht mehr Konter fahren kannst. Deshalb Gizdulda mit dem letztlich ja sogar spielentscheidenden Wechsel gekontert. Er hat ja Rexbescheid dann für Ezebué gebracht. Dann war das Spiel auch so ein bisschen gerüchter, würde ich mal sagen, durch diesen ganzen Wechsel leider. Immer noch so, dass man sagen kann, also als FC-Fan glaubt man ja sowieso, immer, dass der Gegner gleich ein Tor macht. Ich fand auch, Schalke war immer noch näher dran an dem Tor. Da war ja Utsch diese Situation, weil er reinflanken konnte, wo zum Glück keiner an den Ball kam. Dann hat Harit einmal den Ocibka noch gefunden mit der flachen Reingabe da im Fünfmeterraum. Ja, also eigentlich habe ich schon gedacht, wenn hier noch was passiert, dann macht Schalke das Tor. Und die mussten ja auch, weil denen hätte der Punkt ja wirklich nicht geholfen. Bei uns kannst du ja sagen, Zähne knirschen, ja, bevor wir jetzt noch einen fangen, lieber mal den Punkt da mitnehmen. Aber es musste ja noch Jonas Hector raus, der wirkte auch sehr platt auf mich nach seiner langen Verletzungspause. Für ihn kam dann Salih Ötchan. Und dann so in der 88. kamen noch Thielmann und Tolo für Drexler und Duda. Ja, und jetzt haben wir gerade im Vorgespräch, als wir noch off-air waren, schon darüber diskutiert, ob der Wechsel Thielmann für Drexler und Duda dann raus nicht sogar vielleicht ein bisschen zu spät kam. Weil ja klar ist, Schalke muss aufmachen. Schalke muss was machen. Und da kann man ja vielleicht vorher schon mal einen seiner schnellen Jungs da bringen. Ob jetzt Thielmann oder Jakobs, gerade auch weil ich Drexler halt trotz dieser Flanke oder auch nicht Flanke da vor dem 1-0 nicht so glücklich fand und er eh kein Konterspieler ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass dieser Wechsel früher kommt. Was sagt ihr? Ja, ja, also für mich kam der Wechsel, also ob es ein Doppelwechsel sein muss, weiß ich nicht. Ich hatte der Wechsel von Arokodare überrascht. Und ich hätte felsenfest damit gerechnet, dass irgendwie Jakobs und Thielmann kommen. Ja, also ich weiß nicht, ob man den Wechsel in 88. Minute bringen muss. Wobei, ehrlicherweise, dass der überhaupt kam, hat mich sowieso verwundert. Ich habe felsenfest damit gerechnet, dass noch Benno Schmitz kommt zur Absicherung oder irgendein Vierlefanz. Also mit dem Wechsel hat Gisdol nochmal, naja, jetzt Angriff geblasen wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest nicht gesagt, wir sind mit dem 1-1 zufrieden. Aber fandest du den Wechsel gut? Also den Wechsel Arokodare kann ich nicht verstehen. Den Wechsel Thielmann für Duda kann ich verstehen, weil Duda platt gespielt war. Der hat viel versucht, aber dann am Ende auch nichts mehr gebracht. Und da macht es Sinn, vielleicht nochmal auch einen laufstarken. Also was Thielmann sehr gut kann, ist den Ball halten. Und wenn du den halt auf außen den Ball halten lässt und vielleicht nochmal einen Lauf mit Geschwindigkeit machst und dann vielleicht reinflanken und dann Arokodare finden. Aber ich finde halt einfach, das tut mir auch für den Tolu unfassbar leid, aber ich finde, das ist halt einfach kein Bundesligaspieler. Das wollte ich mich auch jetzt sagen. Also es tut mir auch leid, er sieht ja aus, als wäre der eine Turmmaschine. Aber er hat sich wirklich zu sehr für mich in Niemandsland aufgehalten und hat auch keinen Druck auf den Geschwindigkeit mit Ball gebracht. Und das wünschen wir uns alle. Wenn einer reinkommt in der 88., 87., dass der nochmal richtig, wirklich, der hat immer fünf Minuten vor sich, dass der richtig Gras frisst. Und das macht er nicht. Also ich hätte ja lieber den Jakobs gesehen, weil der weiß, wie man einen Ball laufen kann. Thulu war da für mich unglücklich, weil da hat man gesehen, der Junge in so einem wichtigen Spiel, den kannst du beim 2-0 mal bringen. Lach, lach, lange ist es her. Ja, aber das sind so deine Dinger, aber nicht bei so einem knappen 1-1, wo es eigentlich, entschuldige ich, um den Arsch von Giesse geht. Da hätte ich mir lieber einen besseren Wechsel gewünscht, muss ich sagen. Ja, aber man muss ja sagen, man muss ja sagen, Thulmann, Thulu macht ja am Ende alles richtig, weil er steht nicht im Weg. Das ist ja sein bestes Wechsel, das im Spiel. Er steht nicht im Weg, als dann die eine Szene in der, was war das, 92., 93. 93. Über das Schöne spricht. Ich habe mal eine Frage, das hat man nicht auf er gesprochen. Eine 88. Minute, als dann der Bourgelab, der 16er da, erst mit dem Bonneau, nee, mit dem Sessich aneckt, für mich ein gelbwürdiges V wie ein Schwitzkasten, und sich danach mit dem Horn aneckt, wäre das für mich gedacht, so, gelb, erste Foul, gelb, zweites Foul, runter. Habe ich mir gedacht. Stattdessen kriegt Thestich gar nichts. Ja, ja, den Nachtritten. Ja, also, das war doch kurios, oder? Also, das mit dem Schwitzkasten, also, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Thestich sich da fallen lässt, ist das rot. Wenn du da viel rausmachst, kannst du da rot für geben. Der kommt von hinten, A, fängt halt schon an, dass Thestich, also Thestich schirmt hier den Ball ab, damit der Ball ins Aus geht und es gibt Abstoß. Bourgelab tritt dreimal von hinten gegen das Bein. Das ist ein normales Ding. Dann ist der Ball im Aus, Bourgelab schubst, tritt nochmal, Thestich stellt sich einfach vor dem, das ist ja jetzt auch nicht ein kleiner Typ, dann kommt Bourgelab von hinten und nimmt dir so einen Schwitzkasten, und ich glaube, wenn du da dich als Spieler fallen lässt und dir den Kopf hältst, kann keiner sehen, ob das ein Schlag ist oder nicht und dann könnte es passieren, dass du da eine rote Karte für bekommst. Naja, der VAR wird es ja sehen, die gucken ja bei roten Karten drauf. Aber das kannst du ja nicht sehen. Das kannst du nicht sehen, wenn du den Schwitzkasten bekommst, kannst du von hinten auch einen Schlag kriegen. Ja, also klar, da kann man mehr drauf machen. Ich finde es gut, dass Thestich sich da jetzt nicht wie den sterbenden Schwan hingeschmissen hat. Was er auch vielleicht nicht machen sollte, ist das Nachtreten. Ja, er macht ja nur so eine Andeutung. Ja, ja. Er wollte sagen, hör mal, Schlingel. Das weiß ich nicht. Das sieht, also ich habe es, ich hätte felsenfest damit gerechnet, dass Bourgelab sich bei dem Tritt hinschmeißt und auf den Boden wälzt und wir die rote Karte kriegen. Hätte ich im Leben mitgerechnet, dass das passiert. Ist auch nicht passiert. Da habe ich auch viel Geld mitverdient. Wie gesagt, man muss ganz ehrlich sagen, das war ein faires Spiel. Da zweimal Gelb zu geben, ist okay. Also da muss man dann auch, glaube ich, nicht mehr rausmachen, als das es nachher ist. Nein, ich bin ja einer, der es auch gerne mal ein bisschen da in dem Spiel härter mag. Ich finde, es ist eh zu sehr weichgespült und manchmal mädchenhaft, was da abgeliefert wird. Na, 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 ja. Gender, mäßig. Da wünsche ich mir die englische Liga mehr, aber die Härte, also ein bisschen Härte können die Jungs auch vertragen. Die sind ja so groß durchtrainiert. Deswegen, ich will das auch nicht, aber nur wenn ich das in den Maß der Bundesliga nehme, hätte ich gedacht, das kann man bewerten für eine gelbe, dann das andere eine gelbe. Könntest du aus der FC-Brille, die ich trage, ein Doppelgelb für sehen. Ja. Aber ihr seht das lieber per Play, bin ich bei euch. Nein, ich sag mal so, ich sag mal, Bujelab ist ja in der 72. Minute gekommen, der hat hier bis dahin nicht ein Foulspiel gehabt. Ich glaube, da gelb-rot zu zeigen oder rot zu zeigen, fände ich dann auch wirklich das Guten zu viel. Ein Doppelgelb. Ja, aber auch Doppelgelb fände ich zu hart. Also, ich meine, ich finde, da reicht halt gelb und die Aussage, hör mal, Freund, das war genau das letzte Mal, dass du hier irgendwas gemacht hast, sonst bist du nämlich weg vom Fenster. Denke reicht da aus. Also, ich meine, ich finde, wenn wir das einen FC-Spieler bekommen hätte, diese Doppelgelb-Bestrafung, dann wäre ich aber heute bei der DFB-Zentrale noch hingefahren und hätte ihm Schutt und Asche gelegt. Gut, dann würde ich jetzt als Gegenbeispiel sagen, Mainz, Spiel gegen Mainz, der Duda. Da lagen ja zumindest eine Minute dazwischen. Das waren aber zwei getrennte Fouls. Ja, ja, aber beide gelb waren, es waren ja auch zwei Fouls, meiner Meinung nach. Beide gelb, beide gelb, fand ich beide so, boah, musst du nicht geben, aber gut, ist ja egal. Ja, also, ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass du regelphilosophisch da recht hättest, dass jedes Vergehen einzeln gelbwürdig war. Ich glaube nur, dass das Spiel praktisch, da kein Schiedsrichter zweimal Gelb für gibt. Das habe ich ein einziges Mal in der Bundesliga erlebt, da hat sich irgendein Herr Tarner da Trikot ausgezogen und ist dann auf die Bande gesprungen, hat dann von beiden jeweils Gelb bekommen. Das habe ich wirklich nur da einmal erlebt. Nee, das eine war wegen Dummheit und das andere wegen Doppelter Dummheit. Genau. Also, das weiß ich nicht. Man sieht, was Fußball macht, Emotionen manchmal löst. Selbst die Spieler wissen das, dass sie das nicht dürfen, es gibt Gelb, und dann machen die die Bude und dann ziehen sie sich aus. Ja, vor allem, ich glaube, in so einem Schicksalsspiel, wo du ja weißt, so Abstiegsendspiel und so, da willst du ja vielleicht aber nicht noch als Schiedsrichter jetzt in den letzten zwei Minuten das Ding komplett eskalieren lassen. und sagst dann hier, Gelb für den und für Jannis Horn und Gullis. Ja, ich glaube, das war auch, also ich glaube, wie gesagt, das war ja jetzt kein Spiel, was irgendwie über Treterei irgendwie aufgefallen ist. Nee. Und demnach, demnach ist das völlig legitim, zu sagen, hör mal, da beide Gelb und so, Jungs, das war es jetzt und weiter geht's. Und es ist ja so, dass ich das so schlimm fand, also in schlimmen Antötungszeichen, weil es so fair war und dann wirklich in dieser Situation, dass es zwei mal nacheinander kamen, dachte ich mir, oder das ist dann, fällt dann schon ein bisschen auf. Das stimmt, ja. Was ich übrigens sehr gut fand, war in dieser Szene, da gab es so ein kleines Minirudel danach, so im Elfmeterraum irgendwo, da kommt ja dann der Bornau und nimmt sich den Janis Horn, wie so ein Interesse, und zieht den zur Seite, und zieht den weg oder hebt den quasi schon weg. Und das fand ich echt eine gute Aktion von Bornau, weil das zeigt mir, dass er auch einen kühlen Kopf da gerade hat, dass der jetzt zum Janis Horn gesagt hat, ey Digga, beruhig dich, sonst kriegst du gleich doppelgelb hier oder irgendwie Tätlichkeit oder sonst irgendwas. Und dann geht der runter am 16, dann kriegt er den Elfmeter. Das zeigt für mich nämlich, dass der auch Leader-Qualitäten hat, der Bornau, dass er sich da eben in dieser Lage so, auch gegen einen älteren Spieler, ja der Horn ist ja drei, vier Jahre älter als der Bornau, sich da halt durchsetzt und den dann so cool da wegträgt und sagt, hier jetzt komm runter. Das wird mal, glaube ich, ein sehr großer Spieler werden, der Bornau. Da lege ich mich jetzt fest, wenn du in der Qualität solche Szenen dazukommen, wo du so levelheaded bist, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen für dich. Würde der noch so netzen wie letztes Jahr. Ja, aber dann wäre der weg. Lass den mal nicht treffen. Vorher sagen, lass den mal nicht zu gut werden, dann ist der nämlich nicht mehr da. Genau, lass den mal jetzt nur so ein paar Millionchen und können es dann ein bisschen gesund kaufen. Aber pass auf, wir alle kennen doch den FC. Dann kriegen wir für den, ich sage jetzt einfach mal, 10 Millionen Euro und die geben wir dann in Hoa Okerosch 2.0 aus. Da holen wir dann Sami Khedira und den falschen Schlotterbeck-Zwilling oder sowas. Ja, genau. Den dritten Schlotterbeck-Zwilling, der zwei linke Füße hat. Ja, genau. Oder holen irgendeinen Spieler zurück, der Freund nicht gefragt hat. Ja, genau. Irgendwie sowas. P10. Aber jetzt komm mal zum Höhepunkt. Ja, ganz kurz. Eine Sache will ich vorher noch sagen, bevor wir zum Höhepunkt kommen, weil wir gerade ja bei diesen ganzen gelben Karten und so waren. Da wollte ich nur mal erwähnen, wie sacknervig ich Amine Harit finde. Das ist genau der Spieler, der sich fallen lässt und da rumbrüllt, wie so ein, als wenn du auf der Hand auf deinem Fuß steht. Da gab es ja diese Szene gegen Izzy Moué, das war kein Foul. Das war kein Foul. Aber der schreit dann so laut, dass der schließlich drauf reinfällt. Und dann steht Izzy da wieder wie der größte Idiot da, weil er ihn gefoult hätte angeblich. Wenn das dem Freisch jetzt noch ein Tor dann gefallen sein sollte, ist Izzy wieder der Vollidiot. Dabei hat er ja nichts falsch gemacht, der Izzy hat das sogar gut gemacht, den Ball da von ihm. War kein Foul. Nein, er trifft von hinten nur den Ball, weil Harit den Fuß ein bisschen weiter oben hat. Aber ich glaube, das kannst du halt als Schiedsrichter in Realgeschwindigkeit da nicht sehen. Dann pfeif es halt nicht. Wenn du es nicht siehst, pfeif es gar nichts. Ja, aber du siehst ja nur... Pass auf, aber du siehst, dass Izzy Moué von hinten kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht den Fuß, sondern nur den Ball trifft, ist jetzt nicht so hoch. Ja, aber du weißt, ich bin ja Lehrer. Und wenn ich weiß, dass einer an jeder Mutter sechs schreibt, kann ich ja auch nicht sechs drunter schreiben beim nächsten Mal, ohne sie zu lesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Sechs schreibt, sehr hoch ist. Also, ich bin ja auch nicht. Also, da musst du schon was sehen. Wenn du nicht irgendwie so gefühlt oder... Ja, okay. Ja, gescheit. Aber er ist schon ein Schweinehund, bin ich bei dir. Ja. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Mit Abstand auf der beste Spieler von Schalke, würde ich sagen. Also, tatsächlich, der Christian Groß-Weischemormadee nochmal reaktiviert hat, den Typen, den Harit. Ja, und er läuft auch bei denen einigermaßen, muss ich sagen. Der war ja auch wichtig für das 4-0 gegen Hoppe. Ich glaube, auch in einer richtig guten Mannschaft wäre der Harit nochmal besser, wenn er es bei Hoffenheim spielen würde in einer guten Zeit oder so. Also, nichts für uns, sagst du, ja? Ja, ist dann wie bei Duda. Du hast halt einen, der was kann und alle anderen stehen drumherum und wissen nicht, was der will. Der Einalge unter dem Blinden. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt auf das Highlight gucken müssen. Ja, ich weiß gar nicht. Möchte von euch jemand die Szene beschreiben? Ja, also. Das ist Lehreraufgabe. Ich muss gerade sagen, das kannst du hier nochmal zusammenfassen. Als Sportlehrer. Ne, das leider noch nicht. Daran arbeite ich noch. Es fängt ja eigentlich damit an, dass Schalke den Ball hat. So fangen ja die besten Szenen für uns an. Schalke hat den Ball, spielt da halt so ein bisschen rum. Du weißt ja genau, die müssen ein Tor machen. Also, die rücken auch ganz ordentlich auf. Ich sehe das gerade hier. Der letzte Spieler von denen steht so an der Mittellinie, so in der Nähe des Mittelkreises. Also, schon, dass du dir denken kannst, drei Leute von uns pressen. Thielmann rennt auch an, hier den Stambouli. Der spielt zurück zu Fehrmann. Fehrmann haut den Ball relativ Timo Horn-mäßig so erstmal in the middle of nowhere, wo Bornau ihn rausköpfen kann. Der Ball geht zu Elvis. Elvis zu Thielmann. Thielmann rennt mit dem Ball an und da ist die Szene eigentlich schon tot. Er verliert ja den Ball, gegen Stambouli, der herausrückt. Und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt ist ja die Konterszene gestorben, alles ist durch. Aber wir haben natürlich Glück, dass Schalke, wie ich gerade schon erwähnte, die Mannschaft ist, die am wenigsten Glück von allen Vereinen auf der ganzen Welt hat. Die müssen bestimmt mal irgendwie ein armes Kaninchen überfahren haben mit ihrem Mannschaftsbus oder so, dass sie da jetzt so viel Pech haben. Und der Ball springt eben direkt Elvis Rexbejai vor die Füße, der das auch wirklich gut macht, finde ich. Der hat den Kopf zwar nicht richtig oben, aber er sieht zumindest, dass da durch vier Schalker hindurch ein Passweg offen ist auf Jan Thielmann. Er spielt den Pass auf Thielmann und eben nicht auf links oben, ist glaube ich Katterbach, der auch frei gewesen wäre, der dann zur Eckfahne gehen kann und so ein bisschen Zeit rausholen kann, sondern er spielt eben den Stechpass durch auf Jan Thielmann, der auch gut vor der Absetzlinie gewartet hat, also eben nicht im Absetz gestanden ist und auch gut schon mal den Schritt macht, während die Schalker alle noch doof gucken. Thielmann kriegt den Ball und Thielmann kann ja diese Gewäle auch ganz gut annehmen. Legt sich den Eimer kurz vor mit seinem rechten Schlappen. Ja, und dann haben wir auch den Moment, den uns wahrscheinlich alle in die Ekstase versetzt hat. Er fackelt nicht lang, er macht da keinen Hattetetti, er geht nicht auf die Ecke oder irgendwas, er schießt halt drauf. Er schießt in die, von sich aus gesehen, längere Ecke, Fährmann kommt nicht mehr ran, der Ball geht rein und in der Sekunde war es einfach nur noch Jubel. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Sofa war, aber bei uns hier war alle Dämme gebrochen. Ja, aber immer, immer bei jedem Tor, ob für oder gegen uns, freue ich mich, denke ich, oh, nicht, dass auch der Videobeweis noch was gibt. Und dann, das ist so eine richtige Bremse und dann dachte ich, warte, warte, wir müssen gucken und dann kam halt die Wiederholung und sage ich, er war nicht im Abseits und dann konnte ich mich richtig freuen. Ich gebe schon den Gedanken, da hatte ich echt null, da habe ich in der Sekunde überhaupt nicht dran gedacht, gar nicht. auch beim Zichos, ich habe nicht gesehen, dass da drei Spieler hinter dem Zichos noch standen, also noch näher zur Tordine. Ich sah nur den Fährmann, wie der weit vorne stand, dachte ich, oh nein, es war nur einer hinter der Linie, dann ist es Abseits. Boah, aber erst, also da bin ich halt auch zu, ich dachte, oh nein, zu ängstlich, aber hat geklappt. Nö, also bei dem Tor habe ich, also bei dem Zichos Tor habe ich auch irgendwie gedacht, da wird jetzt irgendwas wieder abgefiffen werden bestimmt, aber bei dem Thielmann Tor, der ist ja, ich sage mal jetzt vorsichtig, ganz klar nicht im Abseits, also der ist ja so weit, also nicht so weit vom Abseits entfernt, aber er steht ja doch schon deutlich klar, wie ich sage mal, vor seinem Gegenspieler und startet dann durch, als der Pass kommt und ich glaube, er orientiert sich ja so ein bisschen rechts in den Strafraum, weil ich glaube, es war auch Bougelabs Platz, da nämlich nicht steht und ich glaube, es war Becker, der da auch nicht richtig steht, ja und dann, dann hast du halt da den Platz, weil Schalke halt aufgerückt ist, die stehen da nicht sortiert, Thielmann geht genau dahin, wo keiner ist und lässt dann Fährmann auch einfach keine Chance mit einem guten, platzierten Schuss, das kann man nicht anders sagen, ja. Da kann sich der, der Marius Wolf, eine Scheibe abschneiden, der ja wirklich die, die geistige Statistik, er war 23 Torschüsse, 0 Treffer und er schießt, er wolfelt immer genau in den Knick und sowas, der will immer ganz genau und der Thielmann denkt sich so, ach komm, 85 Prozent reichen quasi beim Fährmann auch und ein strammer Schuss, nicht mal ganz, ich stecke dich dem Pfosten ein, ne, aber das reichte und genau das reicht, ne, bei den Spielern, ach, Glück, Glück, glücklich, Friede, Jubel. Absolut, und zum Glück war das ja auch so spät, dass du nicht denken musst, die machen jetzt noch einen, die Schalker, weiß ich nicht, den habe ich doch, ich habe trotzdem noch, ich habe gedacht so, ganz ehrlich, ich meine, es waren ja sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt, ne, da habe ich gehört, der ist ja, der Treffer ist ja relativ zum, zum, ich sage mal, zum Anfang der dritte, der 92 plus X, also, ne, und dann habe ich gesagt, alles klar, dann ist angefiffen worden, da war 93 05 oder irgendwie so ein Vier, das war oder 93 07 oder was auch immer, ich habe felsenfest damit gerechnet, dass der auch noch länger nachspielen lässt, als nämlich, weiß ich nicht, in der 96. Minute da, wie der Ball bei Fährmann war und das, ich glaube ich, Abschlag oder irgendwie so was und abseits, da pfeift er ja das Spiel an und pfeift es direkt ab und da habe ich gedacht, oh nee, das ist kein Abpfiff, also, da habe ich echt damit gerechnet, dass die nochmal so 97. Minute und das ist, ich habe felsenfest mit nochmal so, weiß ich nicht, Hoffenheim-Downer, so in der wirklich allerletzten Sekunde gerechnet. Ja, dafür fand ich Schalker einfach insgesamt viel zu schwach, selbst in der Phase, wo die eigentlich hätten ein Tor machen müssen, waren die ja zu doof. Die haben ja so oft auch, wie wir ja auch, den letzten Pass dann in den Beinen, in das Bein des Gegners gespielt und so, also, die Sorgen hatte ich halt echt nicht. Wenn da jetzt so ein Hunter noch gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, 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 das stimmt. Der war ja zum Glück gar nicht im Kader und ich finde auch sehr gut, also, dieses Spiel hat für uns so viele, so positive Nebeneffekte, nicht nur jetzt rein punktetechnisch, dass du Schalke halt da komplett in den Keller geschossen hast, auch die Art und Weise, die war sogar für uns, glaube ich, wichtiger, so zu gewinnen gegen Schalke, um die komplett zu demoralisieren, als wenn du einfach nur relativ entspannt irgendwie 1-0 über die Zeit schaukelst. Also, dieses Last-Minute-Ding ist ja so ein totaler Downer. Damit hast du jetzt endgültig auch jeden Trainer-Effekt sofort verpuffen lassen, der vielleicht durch dieses 4-0 gegen Hoffenheim da hätte entstehen können. Also, sowohl Frankfurt als auch wir haben es ja geschafft, da gar keine Euphorie aufkommen zu lassen. Dann ist noch Kolasinac jetzt verletzt. Natürlich wünsche ich dem mal nichts Schlechtes, aber aus Kölner Sicht würde mich nicht ärgern, wenn er ein bisschen schneller ausfallen würde. Ja, so ein schöner Muskelfaser-Riss täte mir jetzt nicht nichts Schlimmes. Kein Spott, weil die bewerden, ne, genau, schöner Muskelbündel-Riss. Der Hunter scheint ja auch kaputt zu sein, der konnte ja auch nicht spielen, hat immer so eine Wade irgendwie. Also, das ist halt der Nachteil, wenn du als Spieler im hohen Alter oder mit sehr wenig Spielpraxis dir besorgst, nur weil sie mal früher in Schalke gespielt haben, die sind dann nicht so, dass sie da komplett fit wären, beide. Ja, und so muss man halt sagen, mega geil gelaufen für uns in der kompletten Kombi. Du hast noch an der ganzen Körpersprache von Fehrmann und so weiter gesehen, das hat die jetzt echt kaputt gemacht. na klar. Ganz ehrlich, das ist ja auch wirklich ein Downer. Also, ich meine, ich sage jetzt mal vorsichtig, Schalke war in dem Spiel den drei Punkten bis zur 93. Minute deutlich näher als wir. Ja. Das muss man, das muss man bei aller Euphorie voll sagen, das ist kein Spiel, was wir groß dominiert haben oder was auch immer. Das haben wir vielleicht mit ein bisschen Glück gewonnen. Aber vielleicht tut uns so ein bisschen Glück ja auch mal ganz gut. Also, ich meine, wir haben auch in der Saison schon so viele Punkte gehabt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht weisig haben, wie so wir. Ich meine, so dieses Spiel gegen Augsburg, wo du, wo wirklich zwei grottenschlechte Truppen gegeneinander spielen und du so ein Scheiß-Gegentor dir fängst und das hättest du wahrscheinlich auch sonst 0-0 wie gegen Hertha gespielt und dann sind es halt drei Punkte für den Gegner und null für dich. Also, ich meine, das ist schon bezeichnend, dass wir das jetzt gewonnen haben, ja. Ja. Jetzt muss ich noch ein bisschen Wein, nee, Wasser in den Wein gießen. Leider führt Bielefeld gerade 2-0 gegen die Stuttgart. Oh nein! Ja, das wäre halt so die Kirsche auf der heutigen Sahnetorte, wenn Bielefeld verlieren würde, weil dann wären wir weg von diesem formalisierten Relegationsplatz. Bielefeld hat natürlich trotzdem noch Druck auf den Kessel, Hertha auch und ja, das sind glaube ich so die fünf Mannschaften, die es unter sich ausmachen werden. Ich weiß nicht, ob da noch, ja, Bremen hat drei Punkte mehr als wir, die sind auch noch mit drin. Ja, aber die sind ja, ganz ehrlich, also das sind ja alles Truppen, also Truppen, gegen die Winterspiel, Truppertruppen ja auch das, aber nochmal, wir spielen jetzt das Spiel gegen Hoffenheim am nächsten Spieltag und danach haben wir das Spiel gegen Bielefeld und dann spielen wir, gut, danach wird es bitter, dann spielen wir gegen Gladbach, ich glaube Frankfurt und Bayern oder sowas, ne? und ich glaube diese Spiele jetzt gegen Hoffenheim und gut, die Hoffenheimer haben jetzt gegen Hertha sich auch wieder gefangen, aber das heißt ja nichts, also bei Hoffenheim weißt du ja auch nicht, was dich erwartet. Also entweder ist das eine Truppe, die gut spielt, wie jetzt, also gegen Hertha haben sie jetzt auch nicht gut gespielt, aber 3-0 gewonnen oder wie hier gegen Schalke lässt sich von wirklich dem allerschlechtesten Schalke der letzten Jahre 4-0 auseinandernehmen. Achso, Hoffenheim. Also Hoffenheim, genau. Und da denkst du dir so, ja, was willst du denn, also das ist ja jetzt auch nichts, wo du jetzt unbedingt verlieren musst. Also vielleicht, vielleicht ist das wieder ein Spiel, was uns diesen, also der FC ist ja ein Team, wo du, wo gefühlt du immer so einen positiven Effekt haben musst, damit es wieder ein bisschen läuft. Das haben wir, das haben wir nach dem, also witzigerweise müssen wir immer auswärts bei irgendwelchen Ruhrgebietsmannschaften spielen. Leider haben wir davon nur zwei in der Liga, also wir haben 2-1 in Dortmund gewonnen, wir haben 2-1 in Schalke gewonnen und das waren immer so Spiele, die vielleicht so einen Wendepunkt auch dastehen und auch irgendwie gefühlt Endspiele für Markus Gistl sind. Und jetzt, jetzt, wie gesagt, dass Bielefeld jetzt gegen Stuttgart tatsächlich drei Punkte holt, ist natürlich bitter, weil wenn die jetzt, also ich meine, wir wären ja dann, wenn die heute verloren hätten, wären wir mit einem Punkt an denen vorbeigezogen. Ja, aber hätte die Fahrradkette ist halt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gegen Hoffenheim gucken, dass wir da vielleicht irgendwo Punkte holen, einen Punkt oder Punkt T holen und dann im nächsten Spiel gegen Bielefeld müssen wir halt einfach zeigen den Bielefeldern und auch, ich sag mal, auch diese Schmach aus dem Hinspiel einfach wettmachen. und wenn, ich sag jetzt mal vorsichtig, ich guck jetzt mal, ich weiß nicht, gegen wen Bielefeld nächste Woche spielt, keine Ahnung, oder jetzt am Wochenende spielt, die spielen gegen Frankfurt, das, da müssen, da müssen auch nicht, da können, da kann auch eine Niederlage für Bielefeld drin sein und dann stehst du halt mit dem Spiel gegen, gegen Bielefeld, kannst du das halt wieder drehen, da kannst du dann halt nach, mit einem Sieg, könntest du mit einem Punkt an denen vorbeiziehen. Luka Jovic, ich glaub an dich, musst du aber auch. Hertha und, und Bremen spielen ja gegeneinander am ersten Spieltag der Rückrunde, also am 18. Spieltag, das heißt, da wird einer von beiden sich vielleicht so ein bisschen absetzen können, wenn dann ein Sieger rausvorgeht aus der, aus dieser Partie, das heißt, egal was du heute gemacht hast und das auch, trotz dieses geilen Sieges müssen wir weiter zu verdammt sein zu punkten, wir dürfen uns nicht erlauben die nächsten beiden Spiele zu verlieren, das wäre eigentlich schon so eine kleine Vorentscheidung, kann man quasi sagen, weil wir auch nicht davon ausgehen können, dass die Hertha immer so rumkrebst. Die haben ja schon nochmal einen besseren Kader, als der Tabellenplatz das ausdrückt. Hertha oder Schalke? Schalke von hinten sehe ich nicht gerade als das ganz große Problem. Ich glaube, Hertha wird halt irgendwann doch mal merken, dass die Fußball spielen können. Vor allen Dingen, wenn die jetzt vielleicht einen neuen Trainer da anstellen sollten. Also Gisdol, äh, nicht Gisdol, wer ist der Mensch? Klavadier ist ja auch mehr auf Abruf und wenn die dann sagen, okay, wir holen jetzt vielleicht doch Ralf Rannick, der ja für Geld dann da vielleicht hingeht oder ein bisschen Fahrer oder so. Ja, also Hertha sehe ich da gar nicht so stark drin, ehrlich gesagt. Aber wir müssen halt Bielefelder jede Hoffnung zerstören im Spiel. Ja, vor allem, ich habe mir jetzt gerade mal die Tabelle angeguckt, Hoffenheim hat sage und schreibe nur vier Punkte mehr als wir. Das heißt, wenn du da irgendwie gewinnst, gewinnen solltest, sage ich mal lieber, dann bist du einen Punkt hinter Hoffenheim. Die sind Elfter. Ja. Also das ist ja jetzt nicht... Du würdest sie mit reinreißen, ist ja wichtig. Genau, du würdest dich nach oben spülen, die mit reinreißen und dann bist du halt in diesem Strudel, Hoffenheim, Augsburg, Bremen, Hertha, Köln, Bielefeld und da musst du halt, ich sage jetzt mal, einen hinter dir lassen, weil, wie gesagt, Mainz und Schalke, die haben jetzt schon acht Punkte Rückstand auf uns und beide mit der, ich glaube, deutlich schlechtere Tordifferenz, ja, deutlich schlechtere Tordifferenz, das heißt, da brauchen die drei Siege mehr und beide Teams sind jetzt nicht durch Sagen und Woben eine Siegesserie bisher, also beide haben sieben Punkte, das spricht jetzt nicht für eine wahnsinnige Siegesserie, ne? Ne, und Mainz hat ja wirklich jede Patrone, die sie hatten, schon verschossen, ne? Ja. Die haben ja wirklich alles ausgetauscht, was irgendwie zwei Füße hat, die haben den Trainer getauscht, den Sportdirektor, vielleicht das Maskottchen, keine Ahnung, die können ja nichts mehr tun und auch Schalke kann sich keinen vierten Trainer in der Saison noch irgendwie anlachen, das heißt, die sind ja eigentlich schon am Ende ihres Lateins, die können, also Schalke kann nur hoffen, dass der Hunter, der der Hunter knallt und da halt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Tore schießt in der Rückrunde, damit die überhaupt zu Punkten kommen, aber lass mal den Hündchen eine richtig gute Rückrunde spielen, dann macht der acht Tore, aber das wird ja nicht immer das Siegtor sein, also die werden ja nicht durch acht Tore plötzlich 24 Punkte machen, also glaube ich auch nicht und selbst wenn, hätten die nur 31 Punkte, das reicht auch noch nicht zwingend zum Klassenerhalt, also ich sehe gerade nichts, wie Schalke und Mainz Fans Hoffnung machen könnte, da würde ich, also ich glaube, wir müssen jetzt eher Bielefeld, Bremen, Augsburg, Hertha, Hoffenheim im Auge behalten, als da von hinten. Ja, wobei ich, wobei ich ehrlicherweise bei Schalke, wenn ich mir den Kader wirklich nominell angucke, dann ist das kein Kader von dem 17. Jein, also ich habe mir das heute ja live ansehen dürfen, die haben auch viele Verletzte, darf man nicht vergessen, Mascarell war lange kaputt, der Paciencia ist verletzt, der Skipski ist auch verletzt, also es sind schon noch ein paar, wurde gesagt, die sind schon für den Bundesligisten brauchbare Spieler, aber die haben absolut nichts, was irgendwie defensive Stabilität herstellen kann. Die haben keine gute Innenverteidigung, keinen guten Rechtsverteidiger, kein gutes defensives Mittelfeld, wenn Mascarell nicht spielen kann, also die Offensiv sind die schon okay, also mit Harit und Uth und auch anscheinend diesem Hoppe kannst du durchaus was auf die Beine stellen. Defensiv werden die sehr viele Einladungen in ihre Gegner ausschreiben. Aber jetzt mal ganz im Ernst, aber die Defensive, bis auf Becker, Kabak, Nastasic, Kodazinac ist jetzt nicht das aller, also ich sage jetzt mal vorsichtig, unsere Verteidigung sieht manchmal kruder aus. Jo, aber die sind noch der einzige Verein der Bundesliga, der zwei Tore gegen den 1. FC Köln fängt, außer Dortmund und Hoffenheim. Das stimmt, das stimmt auch wieder. Ja, also das ist, ja, und du musst denken, dass nicht zwingend große Namen gut zusammenspielen. Ja, das ist auch richtig. Guck dir Union an, ein zusammengewürfelter Haufen, das wäre jetzt falsch, aber was die aus ihrem Kader rausholen, aus einer Mannschaftsleistung, das lässt uns doch alle nur neidisch auf die Berliner gucken, Union meine ich natürlich damit, und da denken wir doch alle, das können wir doch auch. Und bei Schalke bin ich vollkommen barrig, große Namen, schwere Kabine, wird man ja immer gesagt. Erinnert schon, dass der Kolasinac zurückkommt und direkt Kapitän wird. Sag ich, was ist denn da los? Krass, dass dann irgendeiner kommt, der sich, weiß ich, eineinhalb Jahre, glaube ich, in England gespielt hat und kriegt direkt die Binde umgebunden. Boah, ich meine, klar kann man sagen, ich will alles auf Null setzen und alles, was irgendwie falsch war, neu starten, aber das macht doch auch was mit der Mannschaft, glaubt ihr nicht? Glaube ich auch, weil da müsst ihr die anderen denken, was bin ich denn für eine Wurst, wenn ich hier seit so und so vielen Jahren die Knochen enthalten und nicht Trainer werde, Kapitän werde. Und dann kommt ja der Kolasinac da mal für ein Training und kriegt direkt die Binde. Ja, wobei, also ich bin ja, ich sag mal, geografisch hier etwas näher dran an Schalke und mir wurde zugetragen, dass Nastasic, der ja bis dahin Kapitän war, aus freien Stücken die Binde abgegeben hat. Aber da war doch Mascarell der Kapitän, bevor der verletzt war. Oder Mascarell. Ja, aber da sind, jetzt mal im Ernst, aber Mascarell und Nastasic, das sind jetzt beides für mich nicht Führungsspiele in dem Sinne. Und ich glaube, dass Kolasinac vielleicht ein besserer Führungsspieler ist. Ja, ich, vor allen Dingen, also, das meine ich jetzt hoffentlich nicht falsch verstehen, aber der Mascarell gibt ja auch Interviews nur auf Englisch. Also ich weiß nicht, ob der jetzt des Deutschen mächtig ist, das ist mir an sich natürlich scheißegal, aber wenn du in der Kabine Ansprachen halten musst, ist es glaube ich schon wichtig, wenn du auch so ein bisschen nicht nur einfach Deutsch sprichst, sondern auch so mit der Sprache spielen kannst, weil es deine Muttersprache ist. Also durch die Sprache anzünden kannst, durch die Sprache motivieren kannst. Auch so ein bisschen diesen Ruhrpott-Slang beherrscht, wie Kolasinac der da geboren ist irgendwo da im Pott. Und vergiss nicht mit den Schiedsrichtern zu diskutieren. Das auch. Das darf ein Kapitän mehr als ein anderer. Wobei ich glaube, das schaffst du glaube ich auch noch auf Englisch. Das muss man überlegen. Der Schiedsrichter, der fragt meistens Doktor und dann nickt der und dann gibt es einen Doktor auf dem Platz. Weiß jetzt auch nicht, wie international die alle da aufgestellt sind. Ja. Kolasinac ist in Karlsruhe geboren. Muss ich mich selber freuen. Ich wollte gerade sagen, aber hat glaube ich in der Jugend von Schalke gespielt. Auf jeden Fall weiß der glaube ich schon sich da... Ja, Pauli ist auch in Tholen geboren. Ja, stimmt. Das kann man nicht sagen. Nein, aber ich glaube, Kolasinac hat vom Naturell her mehr Führungsqualität und Anspruch und Anspruch als ein Mascarell und ein Nastasic. Allein vom Auftreten. Und, was du vielleicht auch nicht vergessen darfst, ich glaube, das ist auch so ein wie so ein Zucker zu den, also wie so ein Stückchen Zucker zu den Fans schmeißen. Gib den Affen Brot. Ja, vielleicht war es auch sogar Teil der Ablöse, dass die gesagt haben, hier Digga, du spielst hier für ein kleines Gehalt und dafür kriegst du halt die Binde. Ja, das kann sein. Kleines Gehalt? Ja, vergleichsweise. Er verzichtet ja wahrscheinlich. Für Arsenal-Verhältnisse wird da eine ganze Menge abgespeckt sein. Für Schalke-Verhältnisse wieder ganz okay wahrscheinlich. Wir haben ja gerüchteweise auch schon mal einen Spieler zum Kapitän gemacht, der einen fürs Team nehmen musste. Jerome Mell? Nee, ich meinte ja jemand anderen, aber ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber der hat für seinen Landsmann sich vielleicht mal an Steuer gesetzt oder so, man weiß es nicht genau. Ach so, ja, alles klar. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer meinst du Lokomotivführer? Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, was ich meine. Ich habe auch ein bisschen was getrunken heute schon, keine Ahnung. Ja, das ist Champagner, wenn wir mal gewinnen. Genau, also die Binde ist manchmal auch so ein politisches Statement von Vereinen und so, also das sollte man glaube ich so sehen. Ist aber egal, weil ich will ja gar nicht über Schalke reden, wir sind ja hier nicht der Schalke 04 Podcast. Aber, aber, ich will noch mal, also ich meine, wir sind ja hier der Podcast der Zweitnamen. Schön, dass du es ansprichst, weil ich habe es auf meiner Liste stehen. Ich wusste ehrlich, also ich weiß nicht, ob wir darauf eingegangen sind in unserem Adventskalender, dass wir haben ja da diverse Zweitnamen bei unseren Kickern dabei, wo man denkt so, Kilian, wie hieß nochmal, Timo, Phil, Timo, Phil Horn, Jan, Jan, Kilian, Horn, Jan ist Kilian Horn und Jan Thiemann heißt ernsthaft mit zweiten Vornamen Uwe. Ja. Jan, Uwe Thiemann. Also, Jan, Uwe, Jan, Uwe, komm mit aus dem Bett, Jan, Uwe, also, ich würde mal behaupten, dass irgendein Vater oder Opa, ja, würde ich auch sagen, das ist so ein Familiending. Ja. Finde ich auch ganz schlecht, da sind die Leute ein bisschen zu bedenken, dass es in der Familie waren. aber habe ich auch sehr amüsiert und auch lieben Dank an den Hörer Yasemad 05, der uns da entsprechend verlinkt hat. Sie hat das gar nicht gefunden, wahrscheinlich jetzt in der Aufnahme. Ich auch nicht, ich auch nicht. Traumhaft. Ja, super geil. Super geil. Soll ich euch mal einen Zwischenstand geben für die Umfrage oder soll man ein bisschen überwarten? Nein, skandalös. Also, so eine Umfrage kann ich nicht ernst nehmen. Fraud. Fraud. We won by your landslide. By your landslide. Ja, also, das ist, also, ich habe gerade schon ernsthaft überlegt, dass ich mir hier schon Twitter-Accounts noch anlege mit irgendwelchen E-Mail-Adressen, die ich jetzt mal eben mache. Das ist, Zwischenstande wie 28% sagen nur, das war gewollt. Und davon sind zwei Stimmen von uns, ne? Das sind zwei Stimmen von uns, also, das ist sowas. Das heißt, wer hier in diesem Podcast Ahnung von Fußball hat und wer nur Gastmoderator und Gast ist. Deswegen beschweren Marco und ich uns ja auch. Ja, genau. Ja, genau, richtig. Das ist ein wahres Wort. Naja, ihr könnt ja dann die Meucherei anzünden, dann macht ihr ja trotzdem Piraten-Podcast oder sowas. Ja, Genau. Aber, bevor wir jetzt komplett hier ins Alberne abdriften, sollen wir mal ganz kurz uns oder unsere überragenden Intellekt zusammenwerfen, um Haustheld mal so ein paar Tipps zu geben. Denn das Transferfenster ist ja noch zwölf Tage geöffnet. Und wir haben ja durch die Vertragsauflösungen von Fredrik Sörensen, der mit einem italienischen Zweitligisten in Verbindung gebracht wird, mit dem tollen Namen Delfina Pescaria oder so ähnlich, also Delfinfisch. Pescara, Delfino Pescara. Also Delfinfisch auf Deutsch, ganz großartig. Und mit der Vertragsauflösung von Christian Krille-Klemens, dem wir an der Stelle hier ja wirklich alles Gute und viel Gesundheit wünschen wollen, meine ich ernst, keine Ironie, der bei Markus Anfang in Darmstadt angeheuert hat, haben wir ja ein bisschen Gehaltsvolumen eingespart und haben ja vielleicht ein bisschen Luft gewonnen, um auf dem Transfermarkt was zu tun, auch wenn Horst Heldt da noch Understatement betreibt. Da gab es jetzt so ein paar, naja, ich will es gar nicht Gerüchte nennen, aber so ein paar Namen, die halt so kursierten. Habt ihr zu irgendeinem Gerücht oder sonst irgendwas noch einen Wunsch oder ein Statement, irgendwas, was ihr dazu, was ihr einfällt? Also wichtig kann man schon mal sagen, Frederik Sörens ist definitiv neuer Spieler von Delfino Pescara Calcio. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Frederik Sörens wäre, würde ich auch sagen, alles richtig gemacht. Du bist wieder in Italien, wo deine Frau ja eh hin will. Das stimmt. Du darfst an der Adria-Küste spielen, hast wahrscheinlich auch ein schöneres Leben als im kalten Deutschland, also meine Güte, ich finde, der hat ja alles richtig gemacht. Und noch einen Stammplatz. Happy Wild, Happy Life. Ja, und noch einen Stammplatz. Aber jetzt mal pass auf, aber pass auf, Delfino Pescara spielt in der zweiten italienischen Liga und ist irgendwie 17. Ja, aber da kannst du doch nur der Held werden. Da wirst du jetzt der Abwehrchef, alle finden dich geil, Italienisch kann er doch auch, also ist da wahrscheinlich gut integriert dann schnell. Und was mag der Held eingespart haben? Zwei Gehälter max, nee, ist das nicht. Also ich würde mal sagen, er hat so eine Million eingespart. Eine Million wird er eingespart haben. Dinos, die Abfindung für die Vertragsauflösung. Ja, wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob wie viel Geld da geflossen ist. Also das wissen wir ja nicht. Aber was würdest du denn machen? Also wenn ich Spieler wäre und er würde sagen, du kannst gehen, sag ich ja gut, dann gibt mir vier Gehälter vorbei, bin sechs und ich bin durch die Tür. Naja, wird das ablaufen. Also ich glaube, ich glaube, also ich glaube, bei Christian Clemens bin ich der felsenfesten Überzeugung, der, also, der wird gegangen sein und jetzt wahrscheinlich nicht noch vier Gehälter bekommen. Nee, den halte ich auch für keinen, der irgendwie so auf das letzte Centstück braucht. Und ich glaube, bei Frederik Sörensen, wir müssen uns eins überlegen, bei beiden Spielern läuft der, würde der Vertrag, also ist der Vertrag zu Ende dieser Saison ausgelaufen. Ich glaube, Clemens hat auch erstmal in Darmstadt nur Vertrag für ein halbes Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keine Lust gehabt, mir einen italienischen Text durchzulegen, ich glaube kein italienisch. Würde jetzt mal sagen, der hat also mindestens auch ein halbes Jahr Vertrag bekommen. Ich glaube, also ich glaube, nichts ist schlimmer für einen Fußballer, als ein ganzes Jahr nicht zu spielen. Ich weiß nicht, wann Clemens das letzte Mal für uns gespielt hat. Das kann ich dir sagen, gegen Werder Bremen 1 zu 6, ein paar Minuten. Ja, genau. Also sprechen wir davon, dass Christian Clemens ein ganzes Jahr nicht Fußball auf Bundesliga- Zweitliganiveau oder noch nicht mal Drittliganiveau. Das heißt, Christian Clemens hat ja ein paar Spiele für unsere zweite Mannschaft gemacht, aber nochmal, das ist vierte Liga. Das muss man dann auch einfach mal so in den Raum werfen und ich glaube, wenn du dann halt, ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, noch ein paar Jahre Fußball spielen willst auf in Anführungsstrichen professionellem Niveau, dann musst du vielleicht einfach diese Kröte mal schlucken. Die beiden haben hier in Köln über Jahre hinweg ein richtig gutes Geil verdient und ich glaube, dann kannst du vielleicht auch sagen, komm mal, dann verzichte ich lieber auf hier vier Gehälter a, weiß ich nicht, 250.000 Euro, 150.000 Euro, was auch immer. Also bei Sörensen hat man ja immer davon gesprochen, dass der mehr als zwei Millionen Euro im Jahr verdienen soll. Mehr. Und wenn du halt jetzt mehr, also ich glaube, ich glaube, es war mal mit zwei plus x, also wahrscheinlich sind es keine drei, aber ich sage mal, 2,2 oder war da auch mal oder irgendwie sowas um den Dreh. Oder von mir, lass es auch nur zwei gewesen sein. Dann sparst du dir jetzt halt, ich sage mal, bei Sörensen vielleicht knappe Millionen und selbst wenn es nur 800.000 sind und bei Clemens lass es 200.000, 300.000 Euro, sondern dann sparst du eine Million Euro ungefähr und dafür wirst du vielleicht irgendwo auf dem Markt jemanden finden, der vielleicht sogar ablösefrei kommt und dem du das halt als Gehalt zahlen kannst. Weil eine Million Euro für ein halbes Jahr ist ein guter Verdienst. Wo muss ich das tun? Ich wollte gerade sagen, also da bekommst du sicherlich einen Spieler für. Ich meine, es gab ja schon Gerüchte Max Meier und ich glaube, das neueste Gerücht ist Daniel Gincek. Genau. Aber Meier sind auch gut besetzt auf der Position, halte ich mir. Also Max Meier habe ich, kann ich auch, also ich weiß nicht so ganz, wie, also bei Max Meier habe ich nur eine Sache, ich weiß nicht, wie stark Markus Gisdol und Ray Duda wirklich auf dieser, ich sage jetzt mal vorsichtig hängenden Spitze sieht oder ob das jetzt wirklich nur die Notlösung geschuldet ist, dass Modest nicht wirklich funktioniert aktuell und Tolu keine Option über 90 Minuten ist und Anderson verletzt ist. Ich glaube, es geht nur um Anderson. Also der Junge, der muss sich mal reinziehen, der kommt aus Berlin mit größten Ansprüchen, ist dann, wird dann im Training unglücklich erwischt von einem eigenen Spieler und ist jetzt, krebst dann nur noch so rum mit Schmerzen und jetzt spielt er, wurde er ja mal zusammengeschustert, ist wieder fit werden. Ich meine, der hat sich ja auch nicht unglücklicher vorstellen können, der Junge. und ich glaube, mit ihm vorne im Sturm wäre es halt viel, viel besser. Wenn man sich mal anschaut, der hat ja zwei Buden gemacht in ein paar Spielen, der gemacht hatte und hatte deutlich bessere Abschlussquote als der Anthony. Also eigentlich sollte es ja auch heißen, mal gucken, was die Diagnose von ihm sagt, weil auf ihn warten können wir nicht. Wir müssten, glaube ich, was machen. Am liebsten würde ich einfach ein offensiveres Spiel mir wünschen, wo die Pässe in den Sturm, also in das letzte Drittel einfach besser funktionieren, wo einfach mal auch mal ein Schuss reingeht, nicht nur durch Standards, so wie heute, das 2 zu 1. Aber das würde ich mir wünschen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir nicht zwingend einen brauchen, wirklich, weil ich finde, wir haben eigentlich ganz gute Spieler. Und einen Gincheck finde ich top, aber der ist verletzungsanfällig. Und dann jetzt wieder deine Mission raushauen. Naja, also du musst ja deine Gincheck, also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn es Daniel Gincheck wird, wir sicherlich keine Millionen Euro pro Jahr, also für ein halbes Jahr für den Zahlen. Ja, das ist richtig. Also wenn ich mal meine 2 Cent dazu geben darf, Max Meier, nein, A, weil ihr schon gesagt habt, wir haben diesen Spielertypen schon 10 Mal im Kader, B, weil das ja auch einer ist, der sehr stark zu Fleck mal neigt, also das würde ja mehr so ein Johannes-Geist-Transfer werden, als jetzt jemand, der dich komplett mitreißt, C, jemand, der auch nicht vernünftig anläuft, weil er sich selber für den neuen Zidane hält und so, dann auch charakterlich ja kein einfacher Typ, wenn er sich selber schon in den großen Reihen von Real Madrid und irgendwelchen Engländern wähnt und dann doch irgendwo da seinen Vertrag in der zweiten englischen Liga absitzen musste und so, also, ähm, nein, unter allen Aspekten, nein, den kann sich gerne Schalke noch zurückholen von mir aus, wir brauchen den nicht. Daniel Gincheck würde ich dann sofort nehmen, wenn der hier einen Medizincheck macht und bei allem, was uns bekannt ist in allem menschlichen Verstand, der zwölf Spiele von 17 machen kann über die ganze Distanz. Das richtig, ja. Ich lese gerade zeitgleich bei Transfermarkt.de tippt mal bitte das Jahresgehalt von Daniel Gincheck bei Wolfsburg. Tippt es mal bitte. 3,5 Millionen. Knapp. Ich würde, ich würde, ich würde sechs schätzen, also, der verliert richtig. Vier Millionen Euro. Jo, aber der wird bei uns ja nicht dann die Hälfte davon bekommen, also nicht zwei. Ja, Jörg Schmackgehalt, ne, ich weiß nicht, ob der Schmackgehalt den Vertrag gemacht hat, aber weiß ich nicht, das wäre der selbe Typ, der auf jeden Fall auch. 2018. Ja, kommt, der Vertrag macht, der war immer noch 17 gegangen. Wann ist Schmackge da? Es ist 17 bei uns gegangen, der Schmackgehalt, also kommt doch rein. Der hat drei Millionen von uns bekommen, ist danach berührend. Ich meine auch, das war sein erster Move, die Davi und Gincheck miteinander zu tauschen, habe ich so im Kopf irgendwie. Aber das ist der selbe Typ, der hat Sörensson auch seine 200 Millionen da gibt, ne, also insofern. Ja, ja, ja. Aber du zahlst ja für einen Leihspieler nicht zwei Millionen für ein halbes Jahr. Nein, nein, nein. Du hast dann für eine halbe Tag fertig. Genau. Oder du sagst, ich meine, ich weiß jetzt nicht, der hat sechs Spiele für Wolfsburg dieses Jahr gemacht, aber jetzt auch nicht signifikante Einsatzminuten. Und vielleicht kannst du sagen, pass auf, Wolfsburg, ganz ehrlich, ich wäre noch nicht mal bereit, eine Million Euro für den zu zahlen. Nee, nee, nee. Also für eine halbe Million und der Garantie, dass er spielen kann, also eine signifikante Anzahl an Spielen machen kann, sobald man das abschätzen kann. Verletzung kann es natürlich nie ausschließen, klar, aber keine strukturellen Schäden, keine Altlasten und sowas. Ja, ist schon ein Spieler, der kann dich besser machen. Ist schon ein Unterschiedsspieler, wenn der richtig fit ist und das kann man halt nicht einschätzen bei ihm, das weiß ich nicht. Ich sag mal, ich zähle jetzt mal die Minuten auf, die er gespielt hat. Der hat einmal 77 Minuten gegen Freiburg gespielt, 18 Minuten gegen Augsburg, 22 Minuten gegen uns, 4 Minuten gegen die Bayern, 17 Minuten gegen Stuttgart und 3 Minuten gegen Dortmund. Ja, aber halt auch in einer besseren Mannschaft. Ja, ich sag mal, in einer Truppe mit Piatek, Weghorst und wer wurschelt da noch bei denen rum? Also das ist, ich gebe dir recht, das ist natürlich ein qualitativ deutlich stärkerer Sturm. Ja, ich meine, wir haben ja auch Duda von der Hertha-Bank gekauft. Mimedi, Philipp, ja, okay, ja, gut, okay. Also, das ist noch nicht so das Ding. Es gibt immer so, dass ein Spieler, eine Leiter nach unten klettert und dadurch dann da der beste Spieler wird. Das kannst du ja auch bei Marc Uth sagen, der auch auf der Bank bei Schalke saß und bei uns, der super Held war, bis zu dem Corona-Break. Habt ihr eigentlich gesehen, wie Uth jeden geherzt hat im Spielertunnel? Ich hoffe, er kann zurück. Ja, ich hab auch gesagt, ich hab auch bei jedem Schuss gedacht, der hat bestimmt Engel ein Teufelchen auf den Schultern setzen und das macht er alles nicht gerne, hat man das Gefühl gehabt. Also definitiv, den würde ich mir als Erliebsten zurückwünschen und der hat echt, das war halt wirklich der beste Spiel letztes Jahr und wenn wir, wie du auch schon mal erzählt, Duda und Uth hätten, wow. Ja, dann kannst du da echt aber dann hättest du es, also ja, ich sag mal so, im Nachgang könnte man sich die Frage stellen, du holst Duda und du holst keinen Sebastian Andersson. Ja, du brauchst schon so einen Spielertyp Andersson. Und ich sag mal so, die Verletzung konnte keiner voraus an, das war eine Trainingsverletzung und keine Altlasten. Und der hat halt auch zwölf Tore in der Bundesliga gemacht für Union. Wenn du so einen Spieler kriegen kannst und damit noch deinen vermeintlichen direkten Konkurrenten schwächst, musst du eigentlich das machen. Du hättest halt gucken können, ob du Uth nicht für die Limnios-Ablöse vielleicht bekommen hättest, wenn du ein bisschen pokerst. Ja, aber ich glaube, irgendwann, ich würde jetzt mal behaupten, ohne da zu viel sagen zu können, ich glaube, dass der Transfer von Uth gar nicht gewünscht war auf Schalke. Nö, die hatten ja auch keine Stürmer mehr. Die kam ja auch stark zurück. Ja, klar. Genau, kam ja auch stark zurück. Und ich würde mal, also meine Quellen sagten dann irgendwann, egal was Köln bietet, die geben denen jetzt nicht mehr ab. Je, weil die hatten ja auch vielen anderen Offensivspieler verkauft, ich weiß gar nicht mehr wen, und hatten danach dann ja Bedarf an Stürmern einfach. Ja. Und du brauchst ja auch, also du hast ja Rudi dann auch noch verloren, recht kurzfristig, Sebastian Rudi. Und McKennie und McKennie, genau. Genau, und ich glaube, den anderen Kenny haben sie auch wieder abgeben müssen, der war dann nur geliehen. Das heißt, die haben ja auch einiges da an Qualität verloren. Und wenn du dann so einen Spieler wie Marc Uth ja quasi for free bekommen kannst, weil er dir eh schon gehört, dann würde ich sagen, musst du als Schalke da auch, darfst du nicht fallen, dass ich es dann auch noch verkaufen. Dann musst du halt sagen, der bleibt jetzt hier, egal was Köln da macht. Und da wir ja auch keine 10 Millionen auf den Tisch legen können, das war denen ja auch klar damals. Genau. Der Cordoba-Transfer war ja auch noch nicht absehbar, also insofern hatten wir kein Geld. Ich hoffe ja, dass die absteigen und dass die ja ihrem Hochmut dem keinen Zweitigervertrag gegeben haben, und dass er dann einfach kommt und wir können ihm, dem musst du 3 Millionen plus geben, also mindestens das Geld, was Modeste kriegt, 3,5. Dann würde er auch kommen, würde er ja auch passen, über 30, 3,5 Millionen. Und dann noch mit, muss der Armin mal, der Armin Fehm mal den Vertrag aushandeln. Dann binden wir den noch ein paar Tage an einen FC. Also das wäre wirklich ein Wunschspieler von mir. Ja, aber pass auf, ich kenne den FC. Marc Uth kommt, kriegt so einen Drei-Jahres-Vertrag, erste Training, Muskelbündelriss, Saison beendet. Ja, das, oder er spielt immer, aber er ist schlecht. Also hat sein Zenit letztes Jahr gehabt und ist jetzt drüber hinweg. Genau. Als hätte man so einen Spieler schon im Verein. Ja, genau. Auch für die Rückholaktion. Ja, aber das stimmt. Also wenn du, wenn du wirklich Marc Uth für Ablöse frei bekommen kannst, weil Vertrag vielleicht nur für die, also jetzt ist da, machen wir uns nichts vor. Schalke wird Marc Uth nicht in der zweiten Liga halten können. Nein, der will ja auf uns. Den werden die nicht bezahlen können. Der will ja nicht nach, was ist die West-Term-Schlag nicht? Absteigen, immer noch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn die nicht absteigen, trifft es halt uns. Genau. Ja, das sehe ich nämlich auch. Also ich, ich möchte nicht, dass Schalke absteigt, weil ich finde, das ist so ein bisschen wie beim HSV. Man wünscht es denen halt doch, weil da halt, ich sage mal, in den letzten Jahren jetzt doch jetzt auch nicht so gute Arbeit geleistet worden ist. Aber wer will bitte Holstein-Kiel gegen Schalke 04 tauschen in der ersten Bundesliga? Nee, aber Bochum würde ich nehmen im Tausch. Ja, aber Bochum würde ich, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, sagen wir jetzt einfach mal, der HSV wird erster, Bochum wird zweiter. Und dann wird, weiß ich nicht, Holstein-Kiel oder Fortuna-Düsseldorf oder irgend so eine also ich würde wirklich auch, ich würde auch noch nicht mal Schalke gegen Bochum tauschen, weil Schalke für mich mehr, mir mehr gibt, auch als neutraler Fan als der VW Bochum. Ich möchte gerne den VW Bochum in der Liga haben, weil es für mich ein tolles Auswärtsspiel ist, weil du da halt, weiß ich nicht, gefühlt wieder mit 20.000 Kölnern bist. Aber nichtsdestotrotz sind Spiele gegen Schalke auch immer mehr wert als gegen Holstein-Kiel, Fortuna-Düsseldorf oder wen auch immer. Selbst Fortuna-Düsseldorf ist doch, ja, aber das ist doch jetzt kein Derby wie jetzt, weiß ich nicht, gegen Gladbach. Da hängen keine Emotionen dran, das stimmt. Ja, dann feiern die sich wieder ab, wir klauen Köln die Punkte, ihr seid Öl, Köln, ja, hohohoho, ihr seid so witzig, ihr seid auch so ein Unnützverein. Eher so hip, ne? Dann Köln-Erste Liga, also ja, mit dem Dom, hohohoho. Ja, genau, ich bin ja, ich bin ja in der Kölner, ich arbeite in der Kölner Firma und da gibt es in der Tat mehr Düsseldorf-Fan als Kölner Fans und da muss ich mir halt auch mal die ganzen Sprüche anhören und da hatte ich halt auch mal von denen dieses Bild bekommen, ne? Also dann war der Fernsehturm von Düsseldorf, naja. Erste Liga und dann kam Köln mit den zwei Domspitzen, zweite Liga. Ja, da musste ich mir ein Jahr Schönen Gruß, Schönen Gruß an Rufen Hennings, Schmutztyp. Wo wir gerade von den letzten Jahren reden, wo die Düsseldorfer waren, wer hatte denn zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr am 17. Spieltag auf Relegation 15 Punkte? Ich habe es ja schon verraten eigentlich. Wir, ne? Ne. Oder? Die klauen uns die Punkte mit diesen Slogan da. Ach so, echt? Oh Gott. Die Fortuna scheint mit 15 Punkten auf 16, Bremen mit 14 Punkten auf 17 und Paderborn mit 12 auf 18. Also deutlich enger. Sieht eigentlich alles ähnlich aus. Wird eine ganz schön enge Kiste werden dieses Jahr, ne? Und wenn ich überlege, wer über uns steht, da haben wir gegen verloren. Augsburg, Hoffenheim haben wir schon mal verloren, Bremen nur unentschieden, Berlin, okay, da haben wir unentschieden gespielt, Bielefeld, die haben fünf Siege jetzt, die haben heute auch gewonnen, 3-0 übrigens, habe ich gerade geguckt. Die haben fünf Siege, nur zwei unentschieden und dann dafür zehn Niederlagen. Also der spielt doch alles oder nichts. Und wir können nicht davon ausgehen, in der Rückrunde nochmal gegen Dortmund, Leipzig und Wolfsburg zu punkten. Bin ich auch nicht, ich will lieber gegen Bielefeld, gegen... Ja, genau. Aber stell dir mal jetzt anfangen zu punkten. Genau, du musst jetzt gegen Hoffenheim anfangen zu punkten. Das meine ich, genau. Im Idealfall dreifach, aber zumindest darfst du, du, zumindest, du darfst diese Spiele nicht verlieren. Gegen Bielefeld musst du gewinnen, wenn du wegfällst. Genau, gegen Bielefeld musst du gewinnen, genau. Das muss auch der Anspruch sein. Ja, das hat mich heute auch geärgert. Das hat mich heute auch geärgert gegen Schalke, dass du gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten so eine defensive Taktik wählst. Das ist ja hinten raus gut gegangen, aber das war jetzt ja nicht der Strategie geschuldet, das war ja ein bisschen Glück und individuelles Können, aber eigentlich musst du doch mit einem anderen Ansatz an dieses Spiel rangehen. rein hypothetisch hätten wir in der Nachspielzeit verloren, hätten jetzt einen Untergangspodcast gemacht. Ja klar. Wenn wir den Vorstand und den Markus Gießtoll an die Wand genagelt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, vielleicht mache ich jetzt in Teilen der Fans mich unbeliebt, weiß ich nicht, aber wenn es einen Nachteil davon gibt, dass wir heute gewonnen haben, ist es ja der, dass wir jetzt weiter mit Gießtoll machen für mindestens fünf Spiele. Ja, ich bin mir immer so in den Hin und Her gerissen. Ich finde, es gibt keinen. vernünftigen, außer in Uwe Koschinat. Aber da bin ich in meinem Eindruck da auch nicht. Aber ist Uwe Koschinat ein Bundesliga-Trainer? Nein, also wissen wir nicht, hat es noch nie bewiesen. Ja, aber Vater im Leben nicht. Fang du nicht auch an wie der Dennis hier mit so einem Idioten. Nein, das ist doch Wunsch. Nein, boah. Also, zu uns kommt und sagt immer, ihr habt mir mein Gehalt nicht bezahlt, das will ich mit euch. Wir haben einen guten Ruf, der war bis 92 und nachdem sind wir der Fahrstuhlverein. meine Düsseldorfer Fans hat mir gesagt, warum heißt eigentlich das Stadion Rhein-Energie, warum heißt das nicht Kone oder Schittler-Stadion, weil ihr da Aufzugsverein seid. Sagt der Verein, sagen die Fans, die in so einer Merkur-Spiel-Arena spielen. Ja, ich sage auch immer Merkur-Spiele-Glück. Oder früher E-Split-Arena. So, aber ich finde, dazu passt eine Hörer-Zuschrift, die wir erhalten haben an dieser Stelle. Da geht es jetzt auch um Farbe, aber das ist egal für das Argument, was der Hörer... Der Hörer... Nee, nee, ist egal. Kann ich schon nicht ernst nehmen, wenn der Farbe spielt. Warte mal ab, der Hörer, Ed Tuxbox hat das geschrieben und der schreibt folgendes, Hallo ihr beiden, mal ein Gedankenspiel zum Transfermarkt in unserem FC. Das Budget, das man sich gerade schafft, muss und sollte man nicht in Spieler stecken, sondern das Geld sollte man lieber in einen Trainer investieren, von dem man voll überzeugt ist, der die aktuellen Talente nicht nur reinwirft, sondern auch tatsächlich trainiert und besser macht und Fußball spielen lässt. Punkt. Also ich bin ja vollkommen bei dir. Ich bin ja mit dem Spielstil nicht zufrieden und wie gerade er gehört hat, ich weiß auch nicht, wem wir da holen sollten. Da bin ich auch ratlos und die meine Wunschtrainer kommen nicht. Tuchel, Favre, jetzt spinne ich natürlich nur rum, aber ich glaube auch, dass der Hotte einfach auch nicht frei von Emotionen gegenüber Markus Gießdorff ist. Die sind ja, die wohnen ja Tür an Tür. Der geht manchmal rüber zum Essen abends noch, das sind ja, der hält größte Stücke auf denen im Moment. Ich gucke mir die Pressekonferenzen vor dem Spiel an und da ist ja der Horst halt auch immer da und er ist nicht müde immer wieder zu erwehren, wir erfüllen keinen Erwartungsdruck. Und ich wette mit euch, also unabhängig von dem Sieg heute, er hat wieder seine fünf Spiele bekommen, am Ende vielleicht sogar noch mit 17 Spielen mit ihm weiter rum, und ich finde, dass dem Fußball echt teilweise, heute war der mal ein paar Mal gute Konto dabei, hat man ja richtig, wie wenig man schon zufrieden ist, merke ich immer wieder mit mir, dass man das dann noch toll findet, aber wenn man das jetzt irgendeinen anderen Mannschaften zeigen würde, wie wir spielen, Stuttgart oder Union, die das gleiche Niveau haben wie wir eigentlich, von Spieler und auch von Geld, passen wir weiter weg von ihm. Bitte. Ja, vor allem das Einzige, was bei uns richtig gut ist, sind die Standards und die trainiert Pavlak mit denen. Ja, richtig. Und da frage ich mich, warum seid ihr nicht, also das ist das, was ich dem Gießtoller manchmal vorwerfen muss, dass der einfach nicht ein Drecksack ist, und der sagt, pass mal auf, wir gehen vorne in das Halbfeld rein, holen uns da die Freistöße, dann setzt Schema schon ein Sechzehner und da fällt schon einer ab. Und das macht er nicht, er scheint irgendwie so ein Gentleman zu sein. Weil wir aber auch der Trottelverein sind, der sich vermeintlich faulen lässt, alle bleiben stehen, alle warten auf den Pfiff, der Gegner spielt weiter, Kontakt, Tor. So wie Wolf eben, wo er sich die Arme hebt in der ersten Minute. Ja, genau. Hey, lauf weiter, was machst du da? Genau. Ja, ja, genau. Also das ist, aber das ist ja auch ein Ding, das haben wir ja nicht exklusiv, dieses Ding, ne? Also das erlebe ich, also das sehe ich in der Bundesliga relativ häufig, dass die Spieler dann irgendwie abschalten zum Schiedsrichter. Das hatten die Schalke heute auch drei, vier, fünf, sechs Mal. Und dann kommt kein Pfiff und dann muss halt der Motor erstmal wieder auch im Kopf angeworfen werden. Also nochmal, es ist jetzt nicht so, dass ich der größte Markus-Gistohl-Fan bin. Diese Rolle haben andere Leute, treue Hörer in TUS. Grüße. Grüße. Ich warte immer noch auf die Einladung zum großen Markus-Gistohl-Fan-Club. Also das ist ja immer noch nicht, der ist ja immer noch nicht ausgerufen, skandalöserweise. Ich weiß nicht, wer das, ich glaube, der, ich weiß nicht, wer von euch beiden das gerade gesagt hat. Also wenn, müssen wir jemanden holen, hinter dem wir voll stehen. Oder war das, das war der Hörer. Das hat der Hörer Tuxbox gesagt. Genau. Und genau das ist das. Die Fans stehen oder der Vorstand? Der Vorstand. Der Vorstand. Wenn ich das Feld höre, ne? Ich meine, der Vorstand ist für mich unsichtbar. Aber, aber wenn ich das höre, oder wenn ich den mal sehe, und es kommt übrigens morgen hier der vierte Teil von dem 24-7 raus, das gucke ich mir mal an, was ja immer zusammengeschnitten wird. Weiß nicht, ob ihr das auch guckt. Ist immer wieder spannend zu sehen, was dann doch der, der Hector für eine, für eine Riesenrotte scheinbar dieser Mannschaft hat. Ich sehe da wirklich, dass sie den, dass die Markus-Gistohl total festhalten. Also das ist das, was ich auch interpretiere an die Aussagen. Und dass die halt sagen, den Erwartungsdruck erfüllen wir nicht. Er schmeicht seinen, seinen Nachbarn nicht raus. Also ich glaube, am Ende, wenn du dann, sind wir ehrlich, wenn der Held den rausschmeißen muss, der hat gerade den Vertrag verlängert, brauchtest du nicht. Sind wir uns alle einig. Warum verlängerst du einen Vertrag? Ging noch ein Jahr. Kannst du was sagen, ist mal auf. Zur Pause haben wir genug Zeit, da kriegst du einfach ein bisschen mehr Gehalt. Dann lasse ich das rückwirkend machen. Aber bevor es losgeht, wird er verlängert. Da macht sich ja der Giestol, ich denke schon, der Hotte, sowas von unglaubwürdig. Und auch der Forscher mit seinen Kontinuitätsredereien vorschwer. Deshalb glaube ich, erneut, dass die hinter ihm stehen. Wenn wir ein Suchender in den Bier stehen würden, ja, da fällt mir auch keiner mehr ein. Früher wäre es Peter Stöger gewesen. Aber ich finde, nachdem der beim Hummelverein war, hat sich das auch ein bisschen gedreht bei mir. Also ich finde, wie sie zur Rückholaktion laufen beim FC bekanntermaßen ja nie richtig gut ab. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei einer Rückholaktion von Peter Stöger exakt genauso ablaufen wird. Also ich weiß nicht, ob, ja, also Peter Stöger hat natürlich hier einen Wahnsinnskredit irgendwie bei den Fans und wahrscheinlich auch zu Recht. Aber, also wie gesagt, ich sehe einfach keinen, keine Lösung, die, ich sag mal, jetzt ein bisschen so out of the box ist, wie, weiß ich nicht, Marc van Bommel oder wen auch immer aus dem Ausland zu holen. Wenn du, ich sag mal, diese vereinslosen Trainer durchgehst, ist das ja das Gruselkabinett. Ja, das kannst du echt sagen. Und da brauche ich keinen, ich brauche keinen Mirkus Longcard, Typhoon Cock oder so will ich, dann können wir auch mit Markus Gistow weitermachen. Also ernsthaft, da können wir uns, da können wir uns die Abfindung für dieses Jahr sparen. Uns, weiß ich nicht, die eine Million Euro kann Alex Werle für irgendwelche Konfetti-Kanonen ausgeben oder, weiß ich nicht, mit irgendwas machen, Maultaschen für ein Team Abend machen oder was auch immer, ist mir egal. Aber das Geld kannst du dir sparen, weil, weil das bringt dich nicht signifikant weiter. Oder für, oder weiß ich nicht, nicht so als allerletzte Patrone für die letzten drei Spieltage, aber da, weiß ich nicht, ich sehe keine Lösung, die uns auf ein anderes Level bringt als mit Markus Gistow. Was sagt denn Dennis dazu? Ihr werdet alle doof gucken, wenn am Wochenende Bruno Labbadia auf den Markt kommt. Ja, Brol, aber... Der wollte doch zum letzten Mal nicht. Ich dachte, da dachte er doch, er wäre ein anderer Trainer. Jetzt hat er gemerkt, dass es halt nicht reicht. Ja, aber... Für Abschiedsgabe. Der will drei Millionen plus haben, der junge Mann. Der war bei Wolfsburg, da hat er sich echt die Taschen voll gemacht, hat auch einen guten Job gemacht. Ist der dann mit zum Hertha und wenn du Hertha hörst, weißt du direkt, jetzt kannst du das Doppelticker halt verfordern aktuell, weil das Geld da so locker sitzt. Und der wollte nicht zu uns. Das Problem von Bruno Labbadia ist, der hat ja bald mal alle Vereine in seiner Kragenweite durch. Der war ja schon wirklich überall. Wir als Spieler ja quasi auch schon. Also wenn er noch irgendeinen Job in der Bundesliga will und Bayern-Trainer wird er eher nicht werden und auch nicht Red Bull-Trainer, da muss der ja schon immer mal zu uns kommen und da muss er nehmen, was er kriegt als Angebot. Nein, aber es ist auch egal. Also ich glaube, ich bin der Meinung, nein, ich fange nochmal neu an, ich bin der Meinung, dass du, schlechter dastehst, als du musst, weil du dich so nie belogentreu an Gisdol verschreibst. Aber ich habe genau wie ihr jetzt auch nicht die Lösung zu sagen, sobald wir jetzt X holen, wird plötzlich alles viel besser. Ich glaube nur, wir haben einen Trainer, der nicht das Maximum aus den Spielern rausholt. Bin ich bei dir. Und eigentlich wünsche ich mir den Markus Gisdol zum letzten Jahr, wo wir diesen Katapultstart hatten und wo irgendwie alles funktioniert hatte. Da war einfach eine tolle Atmosphäre. Das war, ich meine, im Stadion, das war, da haben wir Wolfsburg besiegt, die haben wirklich ja alles weggeschossen. Ja, aber das haben wir, ich weiß nicht, das ist ja auch so Glorifizierung von Zeiten, die weit weg sind gefühlt. Aber jetzt beim Ernst, also das ist ja auch so, das haben wir ja auch hier schon, auch diverse Male schon im Podcast irgendwie doch dann nochmal nachrekapituliert. ist ja so, dass auch in den Spielen, zum Beispiel dieses Wolfsburg-Spiel, unter normalen Bedingungen verlierst du das. 2-0, 3-0 verlierst du das und du gewinnst es nicht, weil die Wolfsburger waren die klar bessere Mannschaft. Und dann murmelst du da irgendwie so ein Ding rein und dann fällt das Spielglück irgendwie auf deine Seite. Und das war ja eine Phase, ich weiß nicht, ich glaube, Freiburg haben wir wieder ein 4-0 abgeschossen und auch das Schalke-Spiel, das war das Ding, wo der Nübel sich das Ding da selber reinwirft. Ja, aber das spricht doch alles für meine These, oder? Wenn selbst die guten Spiele nicht so gut waren. Ja, aber im Endeffekt, du hast es aber dir ja irgendwie erarbeitet. Also es sind jetzt auch keine Spiele, ich sag mal so, in den Spielen hat ja nicht der Gegner 16 Eigentore fabriziert. Das heißt, du hast ja schon nach vorne gespielt. Du hast ich glaube einfach, dass wir vielleicht davon wegkommen müssen, dass wir ein Team sind, das im Normalfall um Platz 10 spielt. Das sehe ich schon lange nicht mehr, das stimmt. und trotzdem kannst du doch das machen, was Union und Bielefeld machen. Also einfach klar erkennbare Offensivmuster haben. Das ist doch keine, das ist doch keine Raketenwissenschaft. Automatismen bin ich vollkommen bei dir, die müssen mittlerweile auch stimmen. Das trainiert man doch. Also als wir am Anfang der Saison sagten, ja, wir haben die Spiele sich weit gekauft, da habe ich mir gedacht, ja, ist so, da bin ich ja bei dir, aber die Abwehr nicht. Die habt ihr schon über ein Jahr, da könnte ja wohl ein bisschen mehr die Abwehr dicht sein. So, und jetzt haben wir alle Mann beisammen und es ist dann immer nur ein Bus in sechs Jahren zu parken und dann raus zu glücken. Schwer. Also es ist, hätten wir heute nicht gewonnen, wäre ich auch ganz, ganz schlechter Stimmung gewesen. Ja, ich sage mal so, hätten wir heute nicht gewonnen, dann hätten wir heute den Abgesang von Markus Gistow gefeiert. Und herbeigeschworen. Das ist so. Das ist so. Machen wir uns doch nichts vor. Hätten wir heute verloren. Das ist wie das Spiel gegen Dortmund. Verliest du dieses Spiel gegen Dortmund, sang- und klanglos ist Markus Gistow nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Egal, was Horst Held vorher erzählt. Verlierst du dieses Spiel heute gegen Schalke nach einem roten Kick gegen Hertha, nach einem Katastrophen-Kick gegen Augsburg und dieser Niederlage gegen Freiburg, dann ist Markus Gistow nicht mehr Trainer dieses Vereins. Das müssen wir, das muss man so sagen. Aber wie gesagt, ich sehe, ich bin voll bei euch. Es ist auch nicht so, dass ich bei Markus Gistow eine komplett andere Meinung habe. ich sehe einfach nur keinen adäquaten Ersatz. Ich sehe keinen, unter dem das signifikant besser werden würde. Und ich glaube auch nicht an Pavlak, der hat es schon probiert. Nein, nein, vielleicht tue ich ihm da jetzt massiv Unrecht mit. Wahrscheinlich klingelt jetzt bei André Pavlak auch gleich klingeln einmal die Ohren, aber bei André Pavlak habe ich immer so das Gefühl, es gibt vielleicht auch einfach gute Co-Trainer. vielleicht ich muss hier immer wie hieß der von Michael Henke hier von Ottmar Hitzfeld. Dortmund damals. Genau. Da haben alle gesagt, ja, der hat unter Ottmar Hitzfeld hat der das ja so super gemacht und dann ist der wo in Ingolstadt und sonst wo gewesen. Lautern glaube ich auch. Kaiserslautern. Der hat nur Scheiß gemacht. Der Walm ist auch mal Co-Trainer beim FC, ne, tatsächlich. Ja, war der auch, ja. Ja, gut, dass das, naja, also das wäre ja, also, nur weil du ein guter Sprungbrett-FC eben. Nur weil du ein guter Co-Trainer bist, musst du nicht zeitgleich ein guter Trainer sein. guck dir diesen Co-Trainer von Jürgen Klopp, wie hieß der? Bubatsch, Bubatsch, wie auch immer. Genau, der hieß ja dann auch von Klopp weg und wollte groß rauskommen, hörst du nichts mehr von. Das ist ein anderes Ding, ob du in der zweiten Reihe hinter jemandem trainierst oder hinter jemandem sein kannst und oder ob du an vorderster Front kämpfst. Das ist ein Unterschied. Das Problem ist ja auch, dass unsere Mannschaft eigentlich die falsche ist, um mit so einem jungen Trainer viel Erfolg zu haben. eigentlich brauchen wir doch so einen Trainer, der so ein bisschen über den Dingen steht, dem auch alles so ein bisschen scheißegal ist, aber auf so eine positive Art und nicht so eine Armin Fee, noch ein Rotwein-Art, sondern halt so ein, ja, sondern halt so, weißt du, es ist mir doch egal, ob du jetzt rumholst, da anzunehmen oder das, du spielst halt nicht. Ja, 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 ja. Du musst halt gucken, dass er nicht die Kabine dann versaut, ne? Du musst halt wirklich aufpassen. der hat halt, also ich finde, wenn er spielt, schon mal aufgefallen, da der Iso Jakobs und der Tiermann, die lasten immer ein bisschen mehr Platz von denen, die wissen, als wenn da hier der Büffel auf der Herde steht, der Königsbüffel, die lasten immer den Platz und lassen, die wissen genau die Hierarchie, glaube ich. Und wenn der halt nicht auf dem Platz ist, habe ich das Gefühl, dass da halt alle wieder dürfen. vielleicht bin ich auch der Einzige, dass du siehst, aber ist mir letztens bei dem Spiel aufgefallen. Ich habe das schon oft gesagt, Modest ist halt für die Art, die wir gerade Fußball spielen, der falsche Spieler. Wir rennen, kämpfen und beißen und all diese Attribute passen nicht zu Anthony Modest mehr. Jetzt im Frühjahr, Herbst, Quatsch, was haben wir gerade? Winter 2021. In Karantäne, alles gleich. Ja, ich wäre ja für Standards provozieren, ihn an den 16er stellen und da sind Köpfen, dass es Zeug hält. Also, da sind wir wieder bei den Offensivstrukturen, weißt du, wenn du halt Modest spielen lässt, dann musst du ihn in Abschlussposition bringen und daran scheitert es bei uns ja auch schon. Aber, aber, aber pass auf, das, ja, völlig richtig. Aber pass auf, da gehört aber auch dazu, dass dieser Spieler sich selber in Abschlusspositionen bringt. Und das habe ich in den letzten Spielen nicht gesehen. Jetzt kann man vielleicht die letzten Spiele dann jetzt nicht unbedingt, also gerade dieses Freiburg-Spiel vielleicht nicht unbedingt als Gradmesser für nehmen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Anthony Modest jetzt immer wenn er kommt, die Sterne vom Himmel spielt. also natürlich hängt er in der Luft und natürlich tut mir das auch für ihn persönlich sehr leid, weil ich wünsche jedem Spieler beim ersten Hälfte Köln alles Gute auf der Welt. Aber ich sehe einfach nicht, dass wir mit dem Stoßstürmer Anthony Modest, also ich sehe mehr Nachteile mit ihm als Vorteile. weil genau das, wenn er spielt, genau, wenn er spielt, weil genau, du hast nicht diese Galligkeit beim Anlaufen. Allein wenn ich sehe, wie André Duda oder Jan Thielmann oder auch heute Marius Wolf, als er noch weiter offensiv gespielt hat, wie die Gegner anlaufen, das ist eine andere Qualität als das, was Anthony Modest da macht. Das wissen alle, das weiß jeder Fan des ersten Hälfte Köln, dass Anthony Modest noch nie der Spieler war, der massiv angelaufen ist. Das war auch unter Peter Schöger nicht so. Und da liegen halt einfach wie viele Jahre? Vier, ne, drei Jahre inzwischen, ne? 2017 hat er uns verlassen. Und jetzt ist 2021 Anfang, also dreieinhalb Jahre. Ja, dreieinhalb Jahre. Und das ist dann einfach... Das ist ja auch nicht, nein. Also sehe ich genauso. Das Geld, was du in seine Gesamtpaket da investiert hast, und dann hättest du dann hättest du auch in den Ofen gehen. Hättest du spenden können. Dann hättest du da mehr mit anfangen können. Nein, pass auf, dann hättest du auch in irgendein Gulli in Köln werfen und dann hättest du das und will das noch klatschen hören. Ja, wobei immerhin hat uns ja eine Pokalrunde weitergebracht. Das war ja so ein kleines... Ey, ja, ja, boah. Weiß ich nicht, ob das nicht jemand auch geschafft hätte. Ja, glaube ich auch. Wir sind doch gerade auch ein kleines bisschen von meinem eigentlichen Gedanken abgerutscht. Ich wollte ja eigentlich noch einen Namen in die Runde werfen, hier als Transfer, als potenzielle Laie. Als Trainer oder was? Nein, nein, das Spiel da noch. Ach so. Also, der ist nicht von mir. Das Copyright gehört meinem Kollegen, dem P-Rod, den ihr auch hier aus dem Podcast schon kennt. Der wirft nämlich immer wieder einen Namen in den Raum, nicht für die Offensive, sondern für die Defensive, weil P-Rod sagt, sobald wir Viererkette spielen, haben wir schon keinen Spieler mehr, der Rechtsverteidiger spielen kann. Und der würde gerne Tin Jetwey von Bayer Leverkusen ausleihen. Waren wir nicht auch im Sommer da mal dran? Oder war das letztes Jahr im Winter? Echt? Ich habe nur hier Baumgartlinger auf dem Schirm, aber... Ich meine, dass wir irgendwann mal der Name Jetwey auch schon mal gefallen ist. Ach da, der P-Rod das her. So, so. Ich dachte, der wäre kreativ geworden. Nee, also ich habe irgendwie... Es kann auch sein, dass ich mich massiv vertue, aber Jetwey war ja schon bei Leverkusen dann irgendwie auf dem Abstellgleis. War dann irgendwie nach was? Nach Augsburg ausgeliehen? Ja. Oder nach Mainz? Oder irgendwie so? Augsburg, ne? Und als er dann zurückkam, meine ich, dass der irgendwo dann auch mal bei uns gerüchtet wurde. Ja, kann sein. Wie wir jetzt in Leverkusen sind ja ganz außen vor. Da hatte zeitweise selbst ein Mitchell Weiser die Nase vorne als Rechtsverteidiger. Und die bemühen sich jetzt wohl um irgendeinen Rechtsverteidiger aus dem Nachwuchs von Manchester United, die Leverkusener. Das heißt, der wäre wahrscheinlich dafür offen, mal wieder ein paar Spiele zu machen. Aber dann hätten wir einen aus dem Abstellgleis von Leverkusen und der wäre gut genug für uns, für die erste Garde? Ja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, die Qualität des Kaders in Leverkusen ist einfach eine andere als die in Köln. Das ist halt so. Ja, wir können doch eh nur gerade jetzt im Winter Spieler vom Abstellgleis holen, egal bei wem. Und dann soll der lieber bei einem guten Verein auf der Bank sitzen als bei Augsburg. Ja. 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 Da kannst du zumindest erklären, warum man sich durchsetzt. Wenn der bei Augsburg da halt die zweite geil gespielt hinter irgendeinem Augsburger Spieler, außer vielleicht Caliguri, dann ist das schon ein anderes Qualitätsmerkmal. Also wir können ja, wenn wir einen Spieler aus der Startelf von irgendeinem Verein holen wollen, dann geht es ja nur aus Belgien, Schweiz, Österreich. Und da weiß ja auch nie, warte, Chris. Ja. Plus, da wird ja Ablöse fällig, ne? Also so Bankdrücker kannst du ja ausleihen. Spieler, die noch viel spielen, musst du ja kaufen. Ja, also, ja. Würdest du ihn persönlich nehmen wollen? Also ich halte ihn für ein Upgrade gegenüber Benno Schmitz. Ja. Das ist aber nicht schwer, weil das wäre vielleicht sogar ich, keine Ahnung. Ich halte ihn für ein Downgrade gegenüber einem richtig guten Easy Bowie. Aber Easy Bowie ist leider sehr selten richtig gut. Also heute auch sehr helle und dunkle Momente, ne? Genau, das ist es bei ihm ja immer. Da steht der so im Niemandsraum und dann geht er weg. Ja, völlig lost. Ja, also. Warum läufst du jetzt da an? Das ist vollkommen unnütz. Dann wird der über den Hupft und dann läuft der Kolasinac los. Denkst du ja, die Dreiswieder holt jetzt auch nicht mehr ein, ne? Ja, ich glaube, er wurde auch ausgewechselt, weil Gisdol auch so ein bisschen Angst hatte, dass jetzt wieder der andere Sibu-E rauskommt, nachdem er schon so einen katastrophalen Feeblas-Pass mitten in die Schalker Mitte gespielt hat. Ja, wobei... Ganz kurz, um einen Satz zu Ende. Ich glaube aber, Isi hat sowieso bei uns nur eine Zukunft als rechter Spieler in der Dreierkette oder Fünferkette, nicht als Rechtsverteidiger in der Viererkette. Das sehe ich in der Sibu-E raus. Ausschließlich Fünfer. Ausschließlich Fünfer, bin ich bei dir. Ja, genau. Und ich finde, du brauchst einen Spieler, der die Rechtsverteidiger-Position in der Viererkette spielen kann, weil wir ja immer hin und her wechseln. Und das sollte halt weder Benno Schmidt sein, noch sollte man Marius Wolf dort verheizen. Vor allem, du siehst ja, wenn Wolf offensiv spielt wie heute, dass das einen deutlichen Mehrwert hat. Ja, eben, genau. Und jetzt hast du, glaube ich, da zumindest Ruhe, sodass du davor halt den Wolf dann spielen lässt. Ja, vor allem, wenn du Wolf halt offensiv spielen lässt, dann kannst du, ja, dann, ja, aber, ich, ich weiß, ich, ja, ich kann dem Pirot da folgen, ich sehe das nicht, ich kann, ich kann dem folgen, aber es mindert halt immer noch nicht die Probleme, die wir im Sturm haben, weil machen wir uns doch nichts vor, dass wir noch mal den guten Sebastian Andersson komplett fit in dieser Saison sehen werden, sehe ich aktuell nicht. Und vielleicht aktuell nur Oberkörper, also das ist für die Knie halt, also für die Beine halt nicht trainierbar aktuell. ja, und dann, dann weiß ich nicht, ob das, also, ja, also diese Rechtsverteidigerposition gebe ich, gebe ich, gebe ich völlig recht, das ist eine Position, die muss man angehen, aber ob man die jetzt im Winter angehen muss, dann ist das, da ist mein Schmerz offensiv größer irgendwie, weil, 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 dass Isibue da jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielt und da auch Licht und Schatten hat und dass Benno Schmitz vielleicht der schlechteste Bundesliga-Spieler bei uns im Kader ist, ist gestenkt. Bei uns im Kader, in 80 Kader. Ich wollte ihn jetzt noch nicht komplett von Nein, war ja nur Witz über Benno Schmitz, nicht wieder E-Mails schreiben an mich. Wenn er das denn tun würde, dann könnte ich ja mit ihm, könnten wir mit ihm ja diskutieren, aber, ich weiß, ich sehe einfach offensiv mehr Handlungsbedarf, weil, ich sehe nicht, dass ein Modest jetzt in den nächsten vier Wochen den Boost einlegt. Ich sehe nicht, dass Tolu jetzt in den nächsten 17 Spielen Bundesliga-Qualität dazu gewinnt und der ist ja auch nur ausgeliehen. Ich sehe nicht, dass Sebastian Andersson spielfit wird. Also, fit ist eine Sache, aber spielfit, nach so einer langen Phase jetzt ohne Spiel, das siehst du ja an Jonas Hector, wie lange das gegebenenfalls braucht. Und ich finde, genau, und genau das ist das. Habt ihr gesehen, wie viele Fehlpässe Jonas Hector gespielt hat? Und der war ja, der war ja am Ende so platt. Der macht auch keine schnellen Drehungen, achtet mal drauf. Genau. Der macht keine schnellen Drehungen mehr, weil er Angst hat, den Kopf dann so hin und her zu reißen. Und das ist dann natürlich eine Sache, das ist dann richtig, ihn dann rauszunehmen. Völlig richtig. Vielleicht, da ist sogar die Frage, ob du ihn überhaupt spielen lassen musst. Aber, da bin ich dann halt so ein verletzter Hector ist besser als kein Hector, meiner Meinung nach. Ja, aber, ja, gut, das ist dann die Frage, wenn du ihn halt spielen lässt und, ich sag jetzt mal, fit spritzt und der bringt dir halt nur ein Viertel Hector von der Qualität, weiß ich halt auch nicht, ob dich das so signifikant weiterbringt. Das hat ja bei Sebastian Andersson auch schon nicht funktioniert, das Fitspritzen. und, aber, wie gesagt, ich, ich sehe bei den, bei den möglichen Transfers einfach viel mehr Handlungsbedarf im zentralen, offensiven Mittelfeld und da ist, ehrlicherweise, Max Meier wirklich zumindest. Das ist doch kein Gisdol-Spieler. Wenn du an Gisdol jetzt festhältst, kannst du ja nicht Max Meier holen und sagen, hier Gisdol, mach halt mit dir. Ja, aber, oder vielleicht, es muss ja nicht Max Meier sein, das kann ja auch irgendwer anders sein. Aber du musst vielleicht einen, weiteren Spieler so das André Duda Formats haben. Also ich, ich finde, der zentral offensiv hängende Spitze spielen kann. Ich, ich finde, Jan Thielmann macht das phasenweise sehr gut, aber ich finde, du brauchst vielleicht auch mal noch Leute, die du von der Brank bringen kannst. Und wenn du so ein Thielmann, wenn du dann so ein Thielmann vielleicht für die letzten 30 Minuten nochmal rein wirst, bringt das ja auch einfach mehr Möglichkeiten. Weil, weil, guck dir doch mal bitte an, was wir offensiv da auf der Bank haben. Heute. Ja, das ist Jan Thielmann, Jakobs, genau, aber bis auf Jakobs und Thielmann. Und Jakobs ist ein Außenspieler. Das ist jetzt kein klassischer Strafraumspieler. Also, ich sehe, ich sehe, ich sehe einen, ich sehe einen Thielmann deutlich mehr als Strafraumspieler als einen, als einen Ismail Jakobs. Ismail Jakobs. Er ist halt auch so ungenau im letzten Jahr. Das geht mir richtig. Jakobs ist halt ein Linksverteidiger und das ist die so. Genau. Er bricht, er bricht durch. Linker, mittelfeld, linker Verteidiger. Genau. Und dann hast du halt nur noch Tolu und Modest. Ja, und das sind ja alles keine Spielerspieler. Ja, aber das sind halt auch keine Spieler, die dich jetzt also, nochmal, ich hoffe ja immer, dass das bei Modest dann vielleicht doch wieder so ein Knoten platzt und wir uns, dass ich dann hier, weiß ich nicht, von mir aus gerne in zwei Wochen meine Aussage sowas von revidieren muss. Ich würde mich tot freuen, wenn ich das hier machen muss, aber ich sehe es einfach nicht und deshalb glaube ich, dass du halt irgendwo noch mal im zentralen Offensiv, also dass der Handlungsbedarf im zentralen Offensiv, Mittelfeld oder Sturm bedeutend größer ist. Ob das ein Daniel ist oder Ich glaube, als Spielertyp würde uns gar nicht den Ginzegg sehr gut tun. Ich glaube auch, wir brauchen so einen Spielertypen, ja wirklich so Armin Younes Spielertyp vielleicht. Zum Beispiel, ja. Vielleicht kann man ja auch Kamada von Frankfurt mal anfragen oder sowas als Laie, weil der spielen möchte und jetzt durch Jovic keine Chance mehr hat zu spielen. So, in die Kategorie müssen wir gucken. Also so ein, das was Osako war, die Bindung zwischen Mittelfeld und Sturm quasi. Das war für mich eigentlich Lindios. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, dass der überhaupt nicht mehr auf die Bank kommt, auf Rasen. Das ist halt dieses Gistro-Roulette, wo manche Leute komplett der Bandstrahl trifft, so wie Agri. Und jetzt ist ja Jakob scheinbar auch von diesem Bandstrahl getroffen worden, darf auch nicht mehr spielen. Nachdem er vorher jedes Spiel, jede Sekunde lang gemacht hat. Ja, wenn du einmal Faschisten hast quasi, da ist Gistro sehr, weiß ich nicht, sehr, hm, komisch. Und Masi stellt keins. Ja, kommt ja wieder, aber das weiß ja auch keiner, wie lange, ne? Außer man kennt ja die alte Hitz-Welt-Regel, solange wie du ausgefallen bist, brauchst du auch, um wieder fit zu werden. Das heißt, der ist frühestens am Ende der Rückrunde fit. Ja, glaube ich auch. Also, ich hätte jemanden, ähm, vielleicht sogar für feste verpflichten, Martin Oedegaard ist bei Real Madrid durchs Raster gefallen. Aber spielt ja nicht sehr gut irgendwo in Deutschland? Nö, der spielt aktuell, der spielt aktuell bei Real Madrid, hat sieben Spiele, aber hat immer nur so ein paar Minuten gespielt, hat dort, war ja von Real Madrid ausgeliehen an Herrenweh, dann an Vitesse Anheim und dann Real Sociedad und spielt jetzt wieder bei Real Madrid. Nö, also, sorry, das ist natürlich ein Spieler, den werden wir, also Arsenal bietet für den wohl angeblich, also, aber das ist so ein Spieler, so irgendwie zentrale offensive, mittelfeldhängende Spitze, ich glaube, das würde uns schon gut tun. Ja, wenn ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre den, den Musiala von Bayern auszuleihen, aber leider spielt der da zu oft, der macht da zu viele Spiele leider. Aber was ist denn mit circa zäh? Ja, weiß ich nicht, also, klar, qualitativ, glaube ich, ist der gut, aber der scheint ja irgendwie charakterlich so ein bisschen anzuecken, das weiß ich nicht, wie gut uns das täte dann. Das, aber das weißt du dir auch, also jetzt mal im Ernst, also, also, zumindest Hansi Flick hat öffentlich auf einer Pressekonferenz ja, aber Hansi Flick, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht ist. Das ist aber auch eine andere Kabine, ne, wenn du mal in Bayern in der Kabine sitzt oder bei den Kölnern denkst du ja, aber ich komme von dem Bayern, dann denkst du, also Joshua Zirkzee müssen wir definitiv verpflichten, weil er hat nämlich auch einen wahnsinnig tollen Zweitenamen, ich weiß nicht, ob das der zweite Nachname oder zweite Vorname ist, der heißt Orobosa. Okay, ja, dann kann er mit Tolo Arokodare und Oroboso können wir zusammenspielen. Ja, also, weiß ich nicht, also, freut sich Jörg Dahlmann, wenn er schon so drei drei Unterberg getrunken hat, das ausreichend. Ja, also, Jörg Dahlmann, der geht ja langsam mit uns vorüber. Ja, der hört auf, ne, der hört auf. Geschlechtermaßen. Ja, durch seinen Sexismus, ja, durch seinen Sexismus-Spruch da, ne. Ja, konnte man nicht darüber lachen, ich fand, ich hab nicht gesehen, ich hab's, nein, ich hab drüber gelacht, weil ich ein Junge bin, geb ich zu, aber, da hätte man einen rauszuschmeißen. Ich hab in der Sekunde auf Twitter schon geschrieben und ist der Shitstorm schon da, weil man ja wusste, was ist passieren, Luge. Ja, also, ähm, ja, ist natürlich, also Jörg Dahlmann, ich kann mir vorstellen, dass, also Jörg Dahlmann ist ja jetzt, das ist ja nicht das erste Ding, was Jörg Dahlmann macht und bringt. Das ist natürlich dumm. Das ist Altherrenwitz, ne. Jörg Dahlmann ist komplett aus der Zeit gefallen. Das hättest du halt 1990 sagen können, dann wär's okay gewesen. Heute ist es eben nicht mehr, das soll ich mal sagen. Das ist so, das ist so wie Thomas Gottschalk, der früher irgendwelchen Frauen auf dem Sofa, da das Knie getätschert hat. Heute, aber ich sag jetzt mal vorsichtig, ich glaube, wenn so eine Sophia Tomala, also wenn Jörg Dahlmann, der Sophia Tomala, das ins Gesicht sagt, haut die dem wahrscheinlich links und rechts an den Ohren. Die lacht dann aus und geht weg. Was willst du denn, du alter Mann? Oder das, ne, Also ich glaube, ja, ich glaube, sie fand das, würde ich mal behaupten, fast nicht, also fand das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es dann halt bei Twitter und anderen Medien gemacht wird. Das ist doch oft so, dass das gesagt wird und durch die Medien und auch durch unsere, durch die kleinen Medien wie Twitter total breit getreten werden, erste Diskussion kommt, was andere gar nicht bestimmt finden. Beispiel, hier der Herr Tarnerspieler, der zur Bank meinte, fuck you. Ja, das sind ja ein Problem. Also, ach, schwamm drüber, mein Gott ist das Spiel, ne, es ist, es ist immer ein bisschen, ein Stammschlacht auf dem Platz, ne, das gehört dazu, ne, dann darf man keine Ohren mal irgendein Haterienspiel irgendwo hinmachen, wenn da mal losgelästert wird, vor, nach dem Spiel und während des Spiels, also, da muss man auch mal sagen, ey. Also, das sind für mich aber auch zwei getrennte Paar Schuhe, muss ich sagen. Da rede ich jetzt mal ein bisschen so als, als Pädagoge. Okay, wer war das von Hertha, der es gesagt hat? Kunja, ne? Kunja. Pass auf, was der da auf dem Platz gesagt hat, ist ja eigentlich so ein Streisand-Effekt. Das hat ja eigentlich niemand mitgekriegt, solange bis sie nachher alle darüber echauffiert haben. Auf dem Platz selber hat es ja keiner gehört, außer Gisdol und so. Aber er hat doch nur, er hat doch nur Fuck you gesagt, oder? Eben, ich bin auch nicht fällig. Er hat das ja erst mal nur auf dem Spiel gesagt und so, dass kein Mensch das hört. Also, das kriegen nur die mit, die damit angesprochen waren. Denen ist es halt wurscht gewesen, weil auf dem Spielplatz werden, oder auch am Spielfeld, werden noch viel, viel schlimmere Dinge gesagt als nur das FU. Also, das ist kein Problem. Und wenn man das jetzt aufbauscht, macht man das größer, als es ist. Und erst dadurch wird es ein Thema. Und das ist halt dann wirklich so ein Streisand-Effekt. Das ist aber was anderes, als wenn das ein Kommentator on air irgendeinen sexistischen oder vielleicht auch rassistischen Scheiß sagt, wie Jörg Gallmann, weil du damit ja allen deinen Zuhörern und auch vor allem deinen jungen Zuhörern vermittelst, dass das okay und salonfähig wäre, sowas zu sagen. Und damit ja auch so eine gewisse Objektifizierung, jetzt in dem Fall von Frau Tomala, einherging. Und das kannst du halt im Privaten sagen zu deinen Kumpels. Ist okay. Aber on air hast du ja eine andere Rolle, als du das privat hast. Und on air musst du halt schon jetzt im Jahr 2021 in der Lage sein, auch im Reden, und ich weiß, es ist schwer, wenn man jetzt so, wie wir jetzt zwei Stunden labert, da immer alles unter Kontrolle zu haben. Aber von jemandem, der es wie Jörg Dallmann seit 100 Millionen Jahren hauptberuflich macht, muss man da halt erwarten können, dass er in der Sekunde reflektiert und merkt, oh, jetzt übertrete ich hier gerade eine Linie, ich muss jetzt hier nicht meine sexuellen Gelüste gegenüber irgendeiner fremden Frau zum Ausdruck bringen. Und hat einfach nur erzählt, was er da auf dem Platz sieht. Das würde vollkommen reichen. Den hat ja auch keiner gezwungen, irgendwas zu Loris Karius und seiner Freundin zu sagen. Das war ja mehr so ein Fall von wegen, guck mal, ich weiß, mit wem der hier zusammen ist. Hö, 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 Hö. Also, das ist ein Rollending. Es geht nicht mal um die Aussage an sich im neutralen Raum, es geht um die Rolle, die man hat, wenn man das öffentlich vor, wie viele Millionen werden dieses Spiel gesehen haben, weiß ich nicht, war immer ein Einzelspiel irgendwie, also, ich hab's auch gesehen, deswegen war es ein Einzelspiel, irgendwie drei, vier, fünf, sechs Millionen Zuschauern zu sagen, wo auch Kinder bei sind, ja, muss dir bewusst sein, dass du diese Rolle hast und wenn du dir dem nicht bewusst bist und das war auch nicht sein erstes Mal und auch nicht sein letztes Mal, dann musst du als geiler vielleicht auch sagen, und wir nehmen da jemanden, der sich eher seiner Rollenfunktion bewusst ist. Ich bin ja sowieso dabei, dass Sky sich mal von manchen Eis und Eisen trennen soll. Absolut. Also, ich freue mich, ich freue mich immer, wenn man dann Eurosport gesehen hat, ich fand die Kommentatoren so erfrischend, auch bei The Zone, so erfrischend mal andere Meinungen zu hören und andere Kommentare zu den Spielern und nicht immer das Gleiche, ob es der Wolf-Christian Fuse ist oder Marcel Reif, wie viele Jahrzehnte wir den gehört haben. Das ist dann schon so eine Sache. Ich freue mich in echt, wenn man so ein bisschen mal da auch mal ein früchtes Blut reinkommt. Ja, aber bitte nicht Frank Buschmann. Ratatatata. Der kann das gerne hier bei Ninja Warrior oder was auch immer der für Formate macht. Nicht, nicht. Achso, okay. Habt ihr einen Lieblingskommentatoren? Stadionton. Ja, okay. Ich überlege gerade. Also, ich finde diesen Martin Groß, hast du, glaube ich, heißt der ja. Ja. Finde ich nicht schlecht. Also, nein, habe ich eigentlich nicht. Ich finde Marco Hagemann ganz gut, ehrlich gesagt. Stimmt, Marco Hagemann ist okay. Vor allem im Duo mit dem Felgenrader, also mit Ralf Gunesch, finde ich. Das ist nicht so aufdringlich, das stimmt. Ja, und die haben auch Ahnung. Also, die haben beide auch einen Blick auf ein Spiel, der mir nochmal so einen neuen Blickwinkel eröffnet, wo ich jetzt denke, ach, guck mal hier, der macht immer das und das. Muss man darauf achten, dass der Sechser immer was weiß ich was abgibt oder so. Finde ich gut. Ja, aber sonst täte ich mich auch sehr schwer. Ich finde auch den, der uns da heute kommentiert, der macht uns ja oft dieser Markus Lindemann, oder wie der heißt. Den finde ich ganz, ganz schlimm. Der ist so eine Mischung aus Schlaftablette und gleichzeitig will der keine Schlaftablette sein und sagt dann immer so pseudolustige Wolf-Christoph-Fuß-Sprüche, die halt komplett unauthentisch sind, weil der es halt nicht drauf hat und das nötige Charisma dafür gar nicht hat. Ich habe mal was rausgeschrieben, was der gesagt hat. Das lese ich euch mal einfach vor. Das ist jetzt Zufall, dass ich das gerade schon getan habe. Aber heute, im heutigen Spiel? Nee, es war ein anderes Spiel und zwar, ich weiß nicht, auf welches Spiel. Es war Frankfurt gegen Hertha BSC, glaube ich. Haben die gegen Hertha gespielt? Oder gegen Schalke? Gegen Schalke war das, glaube ich. Oder, ich bin gar nicht. Egal. Auf jeden Fall irgendein Spiel, wo Frankfurt beteiligt war. Und ich suche das gerade raus, weil ich habe es auf Twitter mitgebracht, mitgelockt sozusagen, was der gesagt hat, mitgeschrieben, Protokoll geführt. Transkribiert. Ja, pass auf. Das war Bayer 04 Leverkusen gegen SG Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Und da sagt er über den holländischen Trainer Peter Bosch von Bayer Leverkusen, sagt er folgendes, sein Haupt ist mit einer schicken Mütze bekleidet. Der Rasen-Konnisseur. In den Niederlanden hat man quasi ein Patent auf flanierfähige Untergründe. Was? Ja, ich habe das mitgeschrieben. Aber was soll denn da die Aussage sein? Das frage ich doch nicht. Ich frage das Markus Lindemann. Die Situation war, dass der Bosch über den Rasen vor dem Spiel vor Anpfiff und tritt mit den Füßen so ein bisschen da was platt, damit der Rasen so ein bisschen ebener ist. Wie man das halt macht, wenn man da über den Platz geht und sieht, oh, da ist ein kleiner Hubbel Hubbel und hat dabei eben eine Mütze auf. Und dann sagt der Markus Lindemann, sein Haupt ist mit einer schicken Mütze bekleidet, der Rasen-Konnisseur. In den Niederlanden hat man quasi ein Patent auf flanierfähige Untergründe. Das macht von vorne bis hinten kalt Sinn. Der Bosch hat ja eine Pläne, das ist ein Kölsch, eine Glatze, klar trägt eine Mütze, wenn es draußen kalt ist. Und die meisten Spielrasen kommen, also viele Spielrasen kommen ja in der Tat aus dem Niederlande, weil die einfach guten Rasen züchten. Ja, weil die auch keine Erhebung haben. Da ist ja alles platt, da kannst du das auch anpflanzen. Ich finde das immer krass. Habt ihr mal gesehen, wie der Rasen gewechselt wird? Wenn du jetzt zu Hause Rollrasen holst, ist das so, die Narbe da, sag ich mal, zwei Zentimeter. Und wenn du dann beim Fußball bist, beim FC, das mal siehst, wenn das gewechselt wird, da ist die Rasen-Narbe so 15, 20 Zentimeter dick. Das ist schon krass. Also die schellen da echt viel ab. Ja, gut, ich meine, jetzt muss man noch dazu sagen, das ist ja so, wenn du dir so einen Rollrasen holst, im Privaten, so als für den Garten, dann sagt dir erstmal jeder Gärtner, jetzt darfst du ihn erstmal zwei Wochen nicht betreten. Das ist ja, ich sag mal, bei so einem Fußballrasen ja ein bisschen anders. Der wird ja verhältnismäßig schnell bespielt und dementsprechend mehr Untergrund, also mehr Wurzel hat das Ding ja auch. Und das sind ja auch, ich sag mal, ganz andere Belastungen, die auf so einem Rasen wirken. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn mein Sohn hier, weiß ich nicht, bei uns im Garten seine Rutsche aufstellt und da dreimal drüber rutscht über den Fläche, dann ist da aber auch schon nichts mehr zu sehen. bei so einem Sport- und Spielrasen. Und ja, also ich, aber wie gesagt, dass die Kommentatoren bei Sky eine Katastrophe sind, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Wunder. Der Rasenkonnisseur. Das haben wir jetzt wieder was zum Einschlafen. Wenn ich aber auch schlimm finde, sind diese, also nicht die Kommentatoren, sondern die Moderatoren, die dazwischen den Halbzeiten und so, oder immer was zum Einschlafen. Ja, aber die haben da nichts zu moderieren. Ja, die Lothar Matthäus da stehen und dann Lothar Matthäus immer fragen. Und Lothar? Ja, aber das ist doch, wenn man da den armen Lothar Matthäus doch mal sieht, wie, also ich habe immer das Gefühl, der bekommt dann gesagt, was er zu sagen hat. Weil der kann ja sich jetzt nicht dementsprechend artikulieren, dass du denkst, das sagt er jetzt gerade irgendwie aus freien Stücken. Und ich könnte, ich kann das ja verstehen, wenn einer, weiß ich nicht, den Satz anfängt, dann zwischendurch feststellt und sagt, okay, alles klar, ich hole mal meinen Satz ein bisschen umplanen. Bei dem ist so viel Intelligenz da gar nicht vorhanden, dass der das kann. Vor allem sagt er immer genau das, was man sieht. Also der soll dann analysieren, warum ist das Gegentor gefallen gegen Schalke? Und dann sagt er, der Drexler bringt eine Flanke und der Zychos bringt den Kopf da drauf. Das hätte ich dir auch sagen können. Pass auf, pass auf, stopp. Ich möchte nochmal auf unsere Umfrage. Wenn, wenn Lothar Matthäus sagt, da kommt eine Flanke von Drexler. Hat er nicht, hat er nicht. Er hat gesagt, er bringt den rein. Das war offen formuliert. Aber auch fast wäre er die Flanke. Aber abgucken, wo ihr es gerade ansprecht, liebe Freunde. Wir lösen jetzt den mal auf, weil wir schon eine gute Zeit sind. Kandalöse Umfrage. Pass mal auf, 43 Stimmen, das ist also auf jeden Fall repräsentativ. Und von diesen 43 Stimmen sagen 74 Prozent, das sollte ein Schuss werden. Und 26 sagen, das war so gewollt. Aber ich lese dir auch ein paar Kommentare vor, weil die haben alle in eure Richtung argumentiert. Ja. Da sagt einmal, der Birne war ich, hab da auch gerätselt und bin immer noch nicht sicher. Er stellt sich ja extra so, dass er mit dem Außenriss reinzieht. Das macht man ja eigentlich nicht aus der Position, wenn man das Tor machen will. Aber gut, es ist der FC Drechsler. Ich bin eher für hart reinflanken, ungezielt. Dann sagt der Stangenschuss, und Mensch, der Stangenschuss heißt, der muss es wissen. Definitiv ein Schuss, der wäre noch nicht mal ins Tor ausgegangen. Das hat er leider recht mit. Der 1. FC Köln, USA Supporters. Greetings, dear USA. Congratulations to your new president. Er sagt auf jeden Fall, das war mit extra voll. Und der Sherlindenthal sagt, mein Sohn und ich haben uns die Szene zigmal angesehen und sind fest der Meinung, dass es tatsächlich Absicht war. Also, wir werden es wohl nie erfahren, aber die Mehrheit gibt mir recht und damit habe ich natürlich zweifellos recht. Ganz ohne Frage. Sie hören die letzte Folge mit mir als Co-Moderator. So eine solche Umfrage mit so einem skandalösen Ergebnis kann ich ernsthaft nicht ernst nehmen. Das ist genauso, wenn du hier immer anfängst, von hier dem Dingsbums da zu erzählen. Hier, wie heißt er nochmal? Vom Krieg, meinst du? Nein, wie heißt er nochmal? Hier, Favre. Ach so, Favre. Also, den kann ich auch nicht ernst nehmen. Stell dir vor, wenn du Favre und Koshiello hast. Zwei so putzige Franzosen. Super, super. Doch super. Wird uns um Länge, um Lichtjahre unschlagbar machen. Bonjour. Das Favre hat damals Gladbach übernommen. Es war in der Rückrunde. Aha. Wir hatten den Frontset. Da waren noch andere Zeiten. Auch da hatte ich einen in der Firma, der war so glühender Gladbach-Fan. Der hat gesagt, das Ding ist durch. Und dann kam der Favre, meinte ich, das hat ja auch einen richtig guten Trainer. Und da ging er in die Relegation. Ja. Wir haben uns alle in der Kankluft getroffen und haben sich alle für Bochum gebettet. Ja. Ja. Ihr wisst, was rauskam. Und? Und pass auf. Dann haben wir Gladbach uns meilenweit enteilt. Champions League-Teilnahme im Anschluss. Ja, aber pass auf. Das Spiel in Bochum, das Tor von Gladbach, ist nach einem irregulären Einwurf gefallen. Demnach ist das, also wenn man das jetzt rekapituliert, dürften die gar nicht mehr in dieser Liga spielen. Und ich bin eigentlich dafür, dass die DFL, also die DSF, sie können das einfach mal beantragt, Gladbach eigentlich nachsinnig einfach aus der Liga auszuschließen. Und dann müssen die uns Schadenersatz zahlen, weil wir dann deren Champions League-Platz sonst eingenommen hätten irgendwann mal. Ja, 2017, ne? Ja, mindestens, genau. Aber es macht mich unbeliebt. Es macht mich unbeliebt. Ich wohne ja im Kölner Westen und hier gibt es sehr viele Rauten-Anhänger, die sehr an diesem Verein hängen. Und ich finde, das ist immer noch sympathischer, als wenn irgendeiner so ein Mitläufer ist bei irgendeinem anderen Verein, der immer top spielt. Ich denke mir, das ist. Das finde ich besser. Und die Rivalität ist halt auch... Ja, also ich... Auch da gilt das Gleiche wie für Schalke. Ich möchte natürlich nicht, dass Gladbach... Also doch, so ein Abstieg in die zweite Liga von Gladbach würde ich jetzt schon... Also würde ich mich jetzt nicht drüber ärgern, um das mal so aufzunehmen. Ich kann da... Als wir letztes Mal abgestiegen sind, wann das war? Ja, mit uns. Mit uns, wo wir dann irgendwie... Genau, mit der... War das nicht das, wo dann auch die Fahne der Ultras bei dem Zweitligaspiel gezeigt worden ist? War das nicht auch irgendwie so ein Montagsspiel? Nein, das ist gar nicht so lange her. Das ist ja... Das war ja die... Kurz danach ist ja die Boys aufgelöst worden. Ne, 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 ne. Die haben sich dann die Fahne geklaut. War das nicht... War das nicht da schon mal irgendwie? Doch, das war so. Da war ich sogar im Stadion in Gladbach. Da haben sie dann eine geklaute Fahne im Fanblock hochgehalten. Und ich meine, die sogar angezündet. Ja, genau. Ja, ja. Doch, das war 2008 im Stadion. Ich meine, das war so ein ganz bitteres 1-1, das Spiel. Ja. Da war ich sogar vor Ort und hab zweieinhalb Stunden einen scheiß Marktplatz gestanden und bin nicht runtergekommen. War das nicht das, wo Helm es irgendwie in der Nachspielzeit das 1-1 für Elfmeter macht? Ne, ne, weiß ich nicht. Ich hab das Spiel unspektakuläre Erinnerungen. Ich weiß es aber gerade auch nicht. Ich war beim Platzsturm war ich in Gladbach. Im Mahleranzug. Ich wette, ich bleibe dabei. Das war inszeniert. Die FC-Fans sind auch reingefallen. Ich bleibe dabei. Weil das Tor war nicht verschlossen und das haben sie halt einfach aufgemacht. Ich hab den Riegel aufklatschen hören und ist rausgegangen. So, hab ich nicht laut gesagt, aber ich habe echt in der Tat, da sind die FCs einfach wirklich auf einen billigen Trick reingefallen. Naja, aber zu der Frage, ob es gut ist, Gladbach-Fan zu sein, wenn man stattdessen Fan von irgendeinem Mitläuferverein wäre, kann ich immer nur sagen, Arthur Schuppenhauer, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und damit würde ich gerne diese Folge machen. Sehr philosophisch. Ja klar, ich bin ja auch noch Filolehrer. Ich bin ja alles. Ich bin ja hier der Jack of all trades. Und ich finde, damit haben wir jetzt auch wirklich diese Folge hier extrem rund gemacht. Ich hoffe, wir konnten zum Ausdruck bringen, was uns für ein großer Stein vom Herzen gefallen ist in der 93. Minute und dass wir alle uns demnächst ein Jan-Thiermann-Trikot kaufen werden. Wenn jetzt noch Bielefeld verloren hätte, wäre es ein perfekter Tag gewesen. So ist es nur ein sehr guter Tag. Ja, wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Gast, dem Sebastian. Schönen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Spaß gemacht. Ja, uns auch, genau. Wenn ihr auch mal Bock habt, hier in dem Podcast aufzutauchen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach eine E-Mail schreiben, info at trotzdem hier.de oder uns auf Twitter unter at trotzdem hier eine Privatnachricht schreiben. Lesen tun wir das alles. Wir antworten sogar auch in 95 Prozent der Fälle, sage ich jetzt mal. Und dann könnt ihr hier gerne mal zu Gast sein. Wir sind doch offen für jeden und jedem. Ja, ich bedanke mich auch bei Marco, dass er da gewesen ist. Vielen Dank. Immer gerne. Nach so Spielen freut man sich. Also nach so Spielen, wir hatten ja jetzt so viele Grottenspiele schon wieder mal hinter uns, wo wir immer mal wieder nur gefustet sind. Macht doch mehr Spaß, nach Siegen zu podcasten. Ja. Da kann man selbst einen 3-0 von Bielefeld verkraften. Ja, stell dir vor, wir hätten verloren und die hätten 3-0 gewonnen. Ich muss gerade sagen, ich muss gerade sagen, also das wäre Schalke im Nacken. Ja, dann brennt das Geisburgheim von innen. Also, ja. Naja, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt jetzt von mir noch eine Hausaufgabe, wenn wir jetzt schon bei den ganzen Lehrerdingen hier sind. Ihr geht bitte alle mal auf unseren YouTube-Kanal und drückt auf den Abonnieren-Button, damit wir da mal ein paar Abonnenten bekommen. Da krebsen wir so bei 38 rum oder so. Das kann nicht sein, wenn ihr Podcast hier ein paar tausend Leute hören, dass da nur 38... Ich bin einer von den 38. Sehr löpisch. Kann das nicht sein, dass das nur 38 minus einer der Ehegast ist und wir beiden wahrscheinlich so 35 gar den Weg hinfinden. Insofern, ne, Arbeitsauftrag bitte abgeben bis nächste Woche Montag beim Lehrer eures Vertrauens. Auf YouTube gehen, nach trotzdem hier suchen und abonnieren drücken. Ich würde sagen, heute haben wir keinen Grund, trotzdem hier gewesen zu sein, denn heute sind wir deswegen da gewesen, wegen eines 2 zu 1 Siegtortreffers in der 93. Minute. Marco, du bist der Rupport Hennis, ich bin KY Lenneb und wir sind hiermit raus. Macht es gut. Tschö. 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 Tschö.